Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin euer Schmidi und wie man sieht, bastle ich gerade mal wieder an meinem Overlay. Warte mal ganz kurz, ich ziehe euch gerade mal in die Mitte, dass ihr mich ein bisschen besser erkennt. Nur für einen Virgo, Ü50 und so. So, zack, ziehen wir erstmal hier hin, zack. Und meine Cam, wo ist die? Bum, 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 bum. Mein Wackenbild ziehen wir mal hier. Nummer, oh, oh, oh. Moment, Moment, Moment. Oh. Ach ne. Was ein Drama, schon wieder, was ein Drama. So was auch nicht. Was auch nicht. Ist da was, dann machen wir es einfach so. Ganz lang rum, zack und zack. Mach mal mein Fenster ein bisschen größer. Ist ja nur fürs Erste. So, Halli, hallo. Was geht ab? Dachte man, dass das besser ist. Ja, ich bin hier noch ein bisschen am rum. Was bin ich mit der Tasten, genau. Ja, es ist ja, ähm, ja, ist ja, wie gesagt, nur zum Testen. Die Hauptszene, die Live-Szene habe ich schon umgestellt. Ihr wisst ja, da haben sich ja der ein oder andere immer beschwert, dass die Seiten da auf der Seite abgeschnitten waren. Crawler-Bären hat mir jetzt einen Tipp gegeben, stell mal so und so ein. Habe ich jetzt gemacht. Habe aber wirklich nur die Live-Szene bis jetzt angepasst. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt alles umpasse, und dann gefällt mir das wieder nicht, dann kann ich wieder jeden Scheiß wieder umbasteln, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Deswegen ist mir das egal, ob der Test fehlt oder nicht. Weil die Live-Szene, die zählt später. Und wenn da alles klappt, dann stelle ich auch alles andere um. So, wie geht's euch? Wie geht's euch? Ja, das, äh, der ganze Krux an der Sache ist, äh, Koala-Bären. Ich spiele ja auf dem einen Rechner und streamen auf dem anderen Rechner. Also ich habe Dual-PC-Setup noch. Das ist ja noch... So, so sieht auf jeden Fall die Hauptszene aus. Koala-Bären, damit du weißt, was ich gemeint habe. Wenn du jetzt hier bei Einzelspieler... Ich weiß jetzt nicht... Ah, jetzt sieht man es nicht. Ich schicke dir ein Schwein, dass es passt. Was? So, warte mal ganz kurz, ich muss mal den Chat... ...den Chat um... ...so anders dahin machen. ...und ein bisschen größer vielleicht. Achso, das Glücksschwein. Das ist wie hetzer. So, man sieht's. Ich bin auch erst um 10 ins Bett zu gehen. Oh! So, man sieht's leicht. Hier beim Einzelspieler habe ich so einen Balken drin. Mittlerweile bin ich mir überlegen, ob ich sage, scheiß auf den Balken. Und... Also entweder kommt irgendjemand und sagt... ...Präglich, du hast aber hier einen Balken im Spiel. Oder der Nächste kommt und sagt... ...Präglich, du hast aber hier was abgeschnitten. Ja... Also entweder Balken oder abgeschnitten. Mal einen Händenhintergrund, dann sieht man es aber besser. Wart mal ab, im Spiel gleich sieht man es schon. Es ist jetzt... Es ist jetzt nicht... ...weltbewegend, wisst ihr was ich meine. Mich stört's halt, weil ich seh... ...ich seh's einfach und das nervt mich einen... ...nervt mich einfach. Aber es nervt mich eigentlich noch viel mehr, wenn jeder... ...jeder zweite, wo reingeht und sagt... ...du, bei dir sieht man es nicht, was abgeschnitten ist. Ja, ich weiß, es ist mein Monitor. Bist du wie ich fühl? Das könnte ich eigentlich machen. Ich könnte jetzt natürlich auch mal schauen. Augen auf beim Monitorkauf. Ey, der war scheiße teuer, der Monitor. Habe ich ja nicht gedacht, dass er so zickig ist. So, guck mal, ob man es sieht. Ich glaube... ...minimal fällt es auf. Ich weiß gar nicht. Warte mal, ich schau mal hoch. Halt es euch auf? Nö, oder? Nein, das ist ja nichts. Vielleicht ist es dann... ...Geisterhand weg. Cool, wäre ja geil. So, wie ist das Bild jetzt allgemein? Ist es so genehm? Ist es schön? Ist es groß genug? Sieht jeder was? Nee, 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 es ist wirklich der Monitor normalerweise. Was mich jetzt aber wirklich wundert... ...also ich sehe jetzt auch grad nix. Und ich schalte jetzt mal ins Wasser. Es ist weg. Es ist wirklich weg, oder? Ich will mich jetzt nicht zu früh freuen, aber... ...Colabärin, ich danke dir schon mal. Vielleicht... War dein Tipp schon ausreichend? Oben und unten habe ich immer noch einen Balken. Was meinst du? Oben und unten? Quarzgraue Fleck. Das Ding da. Was meinst du? So, warte mal dann. Da ist ein Gaul irgendwo. Warte mal, ich schaue mal ganz kurz bei mir selbst nach. Wenn ich jetzt hier mein Handy drehe. Mal ganz kurz. Aber das sieht doch gut aus, oder? Also ich finde, das geht. Ich finde, das sieht ja gar nicht so blöd aus. So, passt mal auf. Den Chat kann ich noch ein bisschen hier rüber tun, dass er zu abgeschnitten wirkt. Jetzt fängt halt die ganze Kack wieder an, alles umbasteln, weil ja alles auf eine andere Größe eingestellt ist. Aber egal. Egal. So. Heute. Aber du hast 100% breite und in der Höhe fehlen um 10% jeweils. Echt? Okay. Sehe ich gar nicht. Da überschneide ich dann einfach und fertig. Eventuell mich kleiner. Oh. Oh. Der extra für Koala hat mich größer gemacht, damit sie heute Nacht von mir träumen kann. So. Äh, wie ich auf ein Bild zu sehen. Hahaha. Da haut einer einen Nägel rein. So. Was machen wir heute? Ich habe es ja schon in die Beschreibung reingeschrieben. Ähm. Hier habe ich mal kurz was gestern ausprobiert. Ich will hier eigentlich heute noch mal das Loch hier zumachen. Will da vorne eine Tür rein machen und möchte zumindest da mal den ersten Deckel oben drauf schmeißen. Das ist das, was wir wollen. Zwischenzeitlich. Ähm. Die Hauptaugenmerk liegt auf nicht sterben, nicht verhungern, nicht verbluten, nicht verdursten. Vielleicht findet man noch eine Dose, damit ich noch eine Runde angeln gehen kann. Ja. 46 mal 822. Ja, ganz genau. Ganz genau. So habe ich es eingestellt. Meinst du die 1700 Unkart ist da besser? Ja, ist ja so ein bisschen. Guck mal, ich habe vorhin ein AKS Magazin gekackt und das ist nebenbei. Alles gelesen aus dem Stream. Ähm. Was wollte ich jetzt machen? Achso, hier. Hier wollte ich noch zubasteln. Wo war es? Handwerk bauen. Zweigwand. Kraft. Ey, was ist das? Das ist halt schwerer, teils einfacher. Ja, das ist ähm. Du weißt doch, normal kann jeder. Aber es fällt mir auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als vorher. Vorher hatte ich ja immer meine Stream-Abbrüche und so weiter und so fort. Deswegen bin ich der Meinung, dass das die bessere Lösung ist. Mechel Ali, hallo. Na? Knuckelhase. Was geht? Lass mich raten, du bist bestimmt auf dem Weg ins Bett. So, wo haben wir dich? An erster Stelle gleich. Da haben wir meinen liebsten Lieblings-Streamer, wie ich immer so schön sage. Schön, dich zu sehen. Jetzt werde ich aber schon ein bisschen rot. Bei mir alles bestens, alles bestens. Danke der Nachfrage. Heute mit meiner Frau ein bisschen shoppen gewesen. War wunderschön. Ähm. Ja. 3 Meter Schnee auf dem Auto, jo. Bounce auf. Ja, alles gut, Qualabärend. Das ist ähm. Jetzt ist nur noch so ein bisschen Spielerei Das Wichtigste haben wir glaube ich schon mal Das Wichtigste war für mich, dass nicht wieder jeder sagt Da wird der Bild links und rechts was Für sie unten für mich eine Winterjacke In der Tat, ich habe auch was gefunden Entschuldigung In der Tat, meine Frau hat was für mich gefunden Du glaubst doch nicht, dass ich mir meine Jacke aussuchen darf Nein, das stimmt nicht, das ist gemein Das war Das war jetzt böse Nee, ähm, ja Fairtime Village war mal Wenn das irgendjemand was sagen sollte Fairtime Village Und dann waren wir noch schön Oh fuck Und dann waren wir noch schön Pizza essen Schöner Tag heute mit meiner Frau verbracht Das wollte ich da damit sagen Das sage ich ja gleich mal anrufen Hahaha Äh Die ist Kummer gewohnt, Michl Die ist Kummer gewohnt Ne, war wirklich schön Muss auch mal sein Was glaubt Jego ist ein grauer Fleck Und der meint mein Bart, hallo Hahaha Der garstige Mensch Der meint meinen Bart Der ist nur neidisch Virgo ist nur neidisch Dass er nicht so eine schöne Matte hat Haha Gerne, halli, hallo Grüß dich Michl, was hast du heute gemacht? Hab doch da vorhin Also, doch nicht Ja, die ist woanders Oh, zu Ich bin doch so ein Kopf, Mensch Ich muss mir doch immer alles vorstellen Ich weiß noch, wie ich das wollte gerade Hahaha Gerne, wie geht's dir? So, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen Achso, ich brauche hier Deine Steinachst Heute nix So, raul getragen Echt hat's bei euch geregnet Und schneit's einfach wie verrückt Mir geht's prima Danke, danke, danke Wie geht's Dem allergeilsten Der geilen Fraggles Extreme Auto Lkw Dodge Van Bus Aufkleber Ersteller Hahahaha Er muss noch arbeiten Überstunden Hahahaha da hast du ja noch ein bisschen deine ruhe hätte eigentlich 22 auf feierabend wieviel haben wir eigentlich ich schneide gefühlt in halb deutschland bei uns dauerigen bei vier grad ich sage jetzt mal nichts dass irgendjemand im stream ist nämlich mal einer frau verpatschen könnte da wo sie eine stein axt warum kann ich die den basteln raumrinden sein ach so ich brauche und das wahrscheinlich die kürze teilen und seitens nur drei von zehn wala bärin war ausnahmsweise mal nicht garstig zu mir hat mir sogar geholfen ab heute habe ich eine neue freundin beim ritten sei was fehlt mir denn noch einstecken nach kontrolle ja mit viel sarkasmus dabei aber sie kann auch lieb so jetzt haben wir das jetzt haben wir das jetzt haben wir das und stein axt und stein axt ich habe gesagt und stein axt hey warum geht es jetzt schon wieder ach du hast diese op in berlin machen lassen so ein kleiner stecke zerteilen ah ok ok ja gut ich weiß ja nicht von wo du willst vielleicht sind sie nur fünf kilometer keine ahnung aus welcher ecke von deutschland du kommst hey warum geht es denn guten stick baumrinden sein kleiner stein axt kopf kleiner stein axt kopf baumrinden sein schmeiß mal den scheiß mal raus schmeiß mal das da mal raus polizischen berlin polen ach so gut das geht es ja dann geht es ja wenn ich jetzt sagen würde du weißt ja für berlin da hochgefallen was zu machen das ist ja für mich ist ja eine halbe weltreise so stein axt irgendwas zickt gerade jetzt nehmen wir nochmal alles rein ich habe ein berlin getroffen ach was wie geil so was ist denn hier mit diesem handwerk was mache ich denn falsch geht es nicht als freitag treffe ich sogar die nächste oh ok in berlin nein jetzt habe ich das ding schon wieder weg gemacht ah da ist das baumrinden sein da habe ich schon wieder Hunger cool ja hier Felix war ja auch schon mit Kerli und Schiller Ski unterwegs aber dafür war ich schon dreimal bei Michel echt im Januar kommt doch wieder sehr geil die Burger war ja ganz genau Michel wir müssen uns eh mal zusammensetzen oder mal zusammen telefonieren vielleicht Stefan ich grüße dich vielleicht wäre ja Weihnachtsmarkt wieder eine Option Weihnachtsmarkt du weißt schon wo ich hatte mich immer auch schon bei mir im Prinzip müssen wir mal schauen vielleicht klappt es ja ich finde es cool Leute vom Stream zu treffen ja damals also ich komme ja ursprünglich von von dem Spiel Everquest weiß nicht ob das noch von euch jemand was sagt also noch der Vorgänger von World of Warcraft quasi und da haben wir auch regelmäßig Gildentreffen gehabt ich sage es euch ganz ehrlich das war so geil dass ich heute noch und das war 1999 heute noch Kontakt habe mit dem einen oder anderen von der Gilde von früher bis 23 Uhr bis 23 Uhr ja nee da musst du halt mit mir vorlieb nehmen zählen noch ein paar Enden warum was machst du sag mal Michael hast du nicht auch mal Scum gezockt hast du nicht mal gemeint kannst du es auch oder hast gezockt oder ah ok da hast du ganz server mit so moin moin naja gibt es ja zehn jahren nicht mehr irgendwann getroffen nähe kenne ich kenne ich nicht kennen die das browser games waren nie so wirklich meins aber nicht so lange wenn nichts mehr los irgendwann ah ok so ganz kurz ich finde es geil wenn man coole Leute kennen lernt und trifft finde ich finde ich nicht schlecht finde ich nicht so doof um ehrlich zu sein was der mizu wollte mich am samstag für zwangsvermodden oh 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 zwangsvermodden ich habe dich auf Stuben Marion grüß dich sowas primärstellung kfz auf die ein mache es außen schildereich oha ist bei euch glatt so von altem maiskolben ja ich habe ja auch du weißt ja bei gporten damals kräftig zugelangt hiermit ohne server bla 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 und ich habe da einen still liegen gehabt deswegen habe ich hier mal ein eigener scam server gemacht ist aber passwort weil ich bis jetzt noch meine ruhe haben will dass ich da erstmal so ein bisschen reinkommen in das spiel aber ich weiß noch wenn man das spiel gefällt vielleicht mache ich den server auf ich habe also aktuell sind drei leute auf dem server kommt darauf an also bis jetzt kann man das spiel ganz gut ich hab's ja gerade nur so am anfang rum vier morgens mal schauen wie oft darf man sterben bei dem spiel also ich bin schon oft draufgegangen stefan ich bin schon oft draufgegangen an mir darfst du kein beispiel nehmen so handwerk jetzt geht's jetzt geht's aber es ist mir auch schon aufgefallen ich habe gerade die letzte zeit auch wieder so viele die follower die ich schon lange nicht mal bei mir drauf fahren und jetzt kann es natürlich sein dass wir alle gesagt haben oder der freckles erregt mir auf was ich auch verstehen kann dann so alles cool oder das twitch da mit der zeit irgendwann leute raus schmeißt da bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher 6 und 6 ja wie gesagt manchmal ist es ein bisschen komisch so wie viel haben wir noch 32 prozent kommen wir kochen mal hier was was vegetarisches geben wir hole erst noch ja du hast mich schon die vor laut du hast mich schon du hast mein herz schon verletzt vielen dank und ge-re-followed ja genau du hast mich hier eiskalt abserviert bärchen mein herz gebrochen so geht's mir ich weiß nicht wie das jetzt gemacht das koala bärchen aber aber das war wahrscheinlich noch ganz am anfang oder ich kann mich erinnern da bist du mich reinkommen und dann hast du mich hier die voller weil ich bäume gemacht habe und dann bist du wieder reingekommen aber und später wahrscheinlich hast du gedacht bei dem bei dem ohne welt da muss ich wieder reinkommen habe dich nie gehen doch du hast mich doch mit die voller das war es doch du da doch du hast du sogar noch gesagt habe wegen der bäume auch mal die angländer nagellin und es gab mir klar macht es habe ich nur reingelegt da war es okay du hast du mich quasi verarscht jetzt weiß ich warum die mccall passt wegen der einstellung weil es mal so dein schlechtes gewissen langsam beruhigen mit den vielen bot und sarkasmus was ich von dir schon aushalten müssen mal ein paar bäume abholzen ja so dann filmen wir hier nochmal feuer anzünden wir brauchen noch mein feuerzeug wo ist mein feuer wo ist mein feuer hier ist es die popo klatsche so wir finden eigentlich mein geile grill so hier barbecue auf dem rost vegetarisch von mir seit neuestem nur noch wedgie haben wir schon andere leute versprochen popo klatsche aber schon nach zwölf nein ich bin ruhig ich ziehe eine nummer so wie schaut es denn aus ah jetzt wird es grün dankeschön da kann ich gleich noch eins grillen ja oder da hauen wir den nächsten mais rein das ist ich wollte ja noch mal schauen ich wollte mal vergleichen war willi ich mag das klatschen nur singen finde ich dabei doof nein ich sag nichts nein ich sag nichts wie geht's wie steht's wo habe ich jetzt hier mein zweiter habe ich den jetzt verloren oder was ne oder der weggepackt auch kaum oder der ist weg weg mich doch ehrlich ah ne da ist es hoho da ist es so was ich nämlich mal machen wollte was mich jetzt brennt interessiert als allerersten skippen mal ein wheelie das haut gleich fertig guter 6 muss ich anhören wie wenn man fliegt schlup 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 alles bestens wheelie alles bestens so jetzt vergleichen wir mal hier einmal den mais 196,1 kalorie 6,3 gramm gesättigtes fett oh es glitzt und donnert und so weiter und so fort 198,2 oh oh das ist natürlich alles viel besser hier gut das ist mich voll verarscht hier gut das ist mich voll verarscht das ist das spielt überhaupt gar keine rolle achso soll vielleicht hier schauen doch doch ist es besser ich nehme alles zurück es ist überall 0,1 gramm besser oh meine regenjacke meine regenjacke ich habe doch eine hier gebaut so ich komme kurz pc und wedgie weil ich als der neuesten vegan bin hier vorhin das muss ich euch erzählen das ist eigentlich unglaublich vorhin hat ja mein spieler char angemerkt hier dass er kacken muss da habe ich mich ins wasser geguckt habe ich ja schön auf den stein gekackt und wisst ihr was da was dabei rausgekommen ist achtung ich zeige es euch gleich ich weiß es jetzt nicht unbedingt das was man sehen und hören möchte aber achtung ich muss es euch zeigen kann man hier endlich den mal ausmachen ja achtung kerni achtung ich habe gedacht ich sehe nicht richtig da hat er wirklich in aks 74 magazin rausgekackt jetzt weiß ich ja warum der auf einmal solche augen gekriegt hat wirklich ich verarsche euch nicht der hat dieses dieses ak magazin aus dem arsch gedrückt der erste auf mit ihm an überraschung aha ok und ich habe gedacht ich sehe nicht richtig so werde ich jetzt eigentlich nass nö oder weil wegen supporter pack also war das vorhin dein ernst mit der ananas ich habe hier noch mein essen in der hand ich esse die trotzdem nicht also normalerweise interessiert mir sowas echt nicht aber da wird da würde ich auch so jetzt hat aber thema wechseln vielleicht schauen doch kinder zu ein paar bäume oder bäume und büsche scheiße gelaufen aber wirklich also kinder kommt das handmännchen beim kürbis wird eine pda kürbis wäre das es ist ähm er hätte die drei was wollte ich denn gerade sagen Das ist wie die Melonenbowle, gell? Mit ganzen Früchten So, eins, zwei, drei, vier, fünf Wir machen hier nochmal so ein altes Seil Das ist wie PDF Aber jetzt mal, damit wir hier mal beim Thema bleiben Die Regenjacke, wenn ich die trage, dann bin ich auch nicht krank, oder? Der Weedy wieder So, oh Mann Ahm, Steinachs hier Ich bräuchte so einen Sack, gibt es eigentlich so einen Sack, dass ich hier ein paar Balken rumschieben könnte? Oh, Virgo, arbeitest du morgen? Oder besser gesagt, wie arbeitest du morgen? Weil, falls du Bock hast, ab 12 Oder falls von euch irgendjemand Lust hat Ab 12 wäre ich Im ETS Online Refpunkt ist 12 in Frankfurt Und ich würde Richtung Lissabon fahren Dass ich im 24-Stunden-Stream in Lissabon schon mal stehe Also wer Bock hat, kann morgen lieben gern mitfahren 16.12. Wheelie 24 Stunden Stream Irgendwo habe ich auch aufgeschrieben Wirklich, vielen, vielen Dank Du verrückter, ehrlich Dankeschön So, wir hätten was gekriegt Michel, vielen, 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 vielen Dank Für 5 verschenkte Subs Von der 87 GZ Der 50 GZ ACTV GZ Danny Plays Twitch GZ Hoffi Da ist der Hoffi im Lörg GZ, auch dir Was in der größeren Ortschaft steht Der Schubkarre Ist es jetzt dein Ernst Oder Heil und Sack Hab gedacht, ich weiß nicht Aber alles klar Hey, wie gesagt Falls jemand mitfahren möchte Morgen ab 12 Bin ich in Frankfurt In der größeren Ortschaft Ja, da schauen wir noch einmal Vielleicht Ich weiß es noch nicht Glaube ich noch nicht So, Wheelie, Moment Wheelie, Moment, Moment, Moment Michael, was machst du morgen Mittag? Bin aber im Truck SMP unterwegs Und rechts die Straße Und dann Und da kann ich mehrere Holzscheine reinmachen Das ist ein paar Stellen Richtung Tanke Also diese Richtung da hoch Jetzt pass auf Ich hole das Ding Ich hole das jetzt Dann kommt mittags Papier, dann stream Ah, ok, stimmt Ja, das streamste Morgen auch Stimmt, stimmt, stimmt Also kannst du mich Im Stream hier zu dem Ding führen Wenn ja Ich laufe sofort los So, aber ganz kurz noch Zu Wheelie Irgendwo Moment, Moment, Moment So Hier habe ich es aufgeschrieben Komm, so ein Gegritzel Mache ich hier Streamplanung Achtung, ich zeige es euch mal Sieht man es? Ne, sieht man nicht So, ein Geschmier Habe ich da hin gemacht So, Moment Ja, Nase juckt Ähm Im Discord Bei mir Unter Wo ist es? Events Event Planung So Ungefähre Timeline Ungefähre Timeline Wie gesagt, es kann ja sein, dass wir zwei Stunden weniger spielen In einem Spiel oder eine Stunde oder dass wir länger spielen Kommt ja immer drauf an Wie viel Bock Äh Wie viel Bock es gerade macht oder Wie oder was Schauen wir das Das sehen wir dann alles Also ungefähr von 5 bis 11 ETS Also mein Plan ist es von Lissabon bis nach Istanbul zu fahren Könnte jetzt mal diese Scheißke wieder aufhören Von 11 bis 16 Uhr Landwirtschaftssimulator auf meiner Map Multimap 17 bis 18 Uhr, da werde ich was essen Und dann gehen wir nochmal, so wie beim letzten Mal, in die unterste Schublade der YouTube-Videos Stumpf ist Rumpf 17 bis 18 Uhr 18 bis 20 Uhr, so ungefähr Pummelparty 20 bis 22 Uhr Spielen wir mal eine Runde Fall Guys Weil das war nämlich auch sehr witzig Ähm Stefan, danke Vielen, vielen, vielen Dank An dein verschenktes Sub An Black Rose Black Rose Für die Grüße in den Berg 22 bis 23 Uhr Gartic Phone 23 bis 1 Uhr Demonologist 1 Uhr bis 3 Uhr Among Us 3 bis 4 Ben & Ed's Blood Party Und 4 bis 5 Haben wir nochmal richtig rein Zum Abschluss mit Metal Marbles Dann machen wir unseren Marble on Stream Mit Feinster Metal Musik Und ab 5 Uhr Rade ich dann direkt zum Michel So und jetzt hole ich die zwei Stämmen und dann hole wir den Schubkarre Da bin ich jetzt immer echt gespannt Ob das so funktioniert Kleiner Holzschein Holzstamm Da zwei Stück haben wir noch Und dann überlege ich, ob ich ein Bier trinke oder einen Kaffee Also quasi wie immer Was meinst du? Metal Marbles? Hahaha Ich weiß nur noch nicht bei Metal Marbles Ob wir hier So Rock Klassiker Oder wirklich feinsten Metal Laufen lassen Ich bin ja eigentlich vermittelt Weil Denkmal von morgens bis 4 bis 5 Was keiner mehr da sein Ich glaube da kann man nochmal so richtig einen reinhauen So Pain Wo muss ich lang Am Ende zu Michel Klassiker richtig einen reinhauen Sekunde Ich bin ja mal dafür mit so Dass wir hier nicht solche Klassiker wie Baden und sowas laufen lassen Sondern wirklich so Arch Enemy, Amona Marst Richtig voll reinballern Weißt du was ich meine? Also mal so So richtig voll Gas Ich bin ja wohl zu müde Nein Wenn du es irgendwie schaffst bei Gartik vor mir zu machen Gott würde ich mich freuen King Nightlife Moin Moin Mein Bester Auch ein Urgestein der Freckles Familie Der gute King Nightlife Wer ihn noch nicht kennt Lieben gern mal drauf gehen Und da Liebe da lassen Jetzt würde ich dir ganz was lernen Ja, bei mir gibt es halt keinen Schlager Schlager ist auch schön Für den, der ihn mag Oder wenn du Verstopfung hast Nein, anderes Das machen wir hier weiter Aber ich sage ja lieber höre ich Schlager Als Deutschrap Mit Deutschrap kann ich so Ja, nix anfangen Bei Verstopfung So Hier fehlen wir noch Mitzl du wirst Lacher Ich werde wahrscheinlich wieder mit meinem Polo fahren Ich mache die Rallye Wahrscheinlich wieder mit meinem Polo Viago Vielen, vielen, vielen Dank Viago Für dein Verschenktes Ab An Payne Payne GZ Deutschrap ist dafür meins King Nightlife Das hätte ich dir sofort abgekauft Also das kaufe ich dir sofort ab Polo Bestes Fahrzeug Wo muss ich jetzt hin Aber wenn Payne noch beschäftigt ist Dann packe ich hier noch ein bisschen Gestrüpp ab Ich war ja wirklich im Sommer kurz davor Dass ich meinen Polo verkaufe Und mir einen Lada dafür hole Für den nächsten Ding Aber ich sage es euch ganz ehrlich Das kriegst du dir was Herz Ich liebe meinen Polo Einfach ein schönes Auto Ich weiß nicht warum Null Luxus Und gar nichts Kein Fahrkonfort Und überhaupt nichts Aber irgendwie liebe ich das Auto Bin gleich soweit Macht dir keinen Stress Alles gut Polos Mega Das einzigste was ganz geil wäre Wenn es ein Style Hack wäre Style Hack wäre noch cooler Vom Einladen vom Zeug Sieht immer witzig aus Wenn man Rottweiler im Kofferraum sitzt Ja 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 Und der Auspuff Das hat ja alles passiert halt So jetzt hätte man zumindest mal das hier Ist ja schon mal ganz geil Ich bin mit meinem Polo so zufrieden wie er ist Ich brauche da keinen Steinleck mehr Den hätte ich damals genommen Aber jetzt Ich bin immer her So zweigboten Einfache Zweigtür Wir machen mal hier so eine olle Tür rein So Wie habe ich gesagt Hier stecke Ein Stamm Hier stecke Ein Stamm Und an Hilfe Check Wie gesagt Mein Polo braucht keinen Sprint Der braucht kein Öl Der braucht kein Wasser Der ist einfach geil Was ist denn immer so Äh Ja Mit so genau Das einzigste was ich dran verändern werde Nächstes Jahr Legt man höher Weil höher ist es neue tiefer Der Gibt andere Federn rein Dass ich nicht überall aufsitze Weil so wie in Rumänien Dieses Jahr Da wo ich meinen Ausbau verloren habe Das passiert mir kein zweites Mal mehr Genau Dodge Rambootor Mach mal auch noch rein Weil Wir es können Äh Wir haben mal hier Smallwoods Stecke Schmeißen wir mal hier hin Und hier Mal gucken Wo Die Ladenschläche Verstärkte Dämpfer Ja Man muss auch dazu sagen Dass mein Polo Mittlerweile fast Fast Mein Alltagsfahrzeug ist Da wird nichts rumgebastelt Oder sonst irgendwas Eiswurm Ich grüße dich Hallo Eiswurm Falls du morgen Bock hast Um 12 Uhr In Frankfurt Backers MP Sim 1 Da fahre ich morgen Die eine oder andere Tour Richtung Lissabon Falls du Bock hast Lieben gern mit rein So ein Hubraum Wunderter Garage Ja 12 Uhr 12 Uhr Hab es auch im Discord Reingeschmissen Also Falls der Bock hast Oder Falls irgendjemand da ist Oder falls irgendjemand Im Lörg ist Der doch zufällig ETS zockt Lieben gern Morgen Immer dabei Vielen Dank Mit den Hype Train Danke 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 So Jetzt Könnte man hier Aufrüsten Oh nein Jetzt habe ich es falsch gemacht Weiß es nicht so geplant Aber Nägel und ein Seil Nägel brauchen wir Seil habe ich schon wieder Mal keins mehr Wie immer Mein Regenponchor Könnte man mal ausziehen Ich habe schon wieder Hunger Höre ich gerade Ja Mal fressen Unglaublich So Unglaublich Geht Geht Nägel und Bolzen Nägel und Bolzen kann man stacken Bei Bolzen habe ich so eine Kiste gefunden Ausräumen kann ich es Aber ich habe es nicht mal geachtet Wie ich sie reinkriege Also wenn es mit dem Schubkarren geht Das wäre ja mega Bis ich hier mal hin und her gelatscht bin Auspacken Und zum 10er Stapeln Stapeln Okay Mal probieren Spreter zerteilen Aber jetzt mal ehrlich Für die eigenen vier Wände Da geht echt Total viel An Mats drauf Also da kann man auch Zeit verstecken So 1, 2, 3 Letzte Chance vorbei Dann schmeißen wir es mal hier rein Kommen wir bitte einfach als der Anfänger Stefan herzlich willkommen beim König der Anfänger Komm drauf Komm drauf Also wenn ich mit dem Krypto folge als damals zusammen Daisy zum Beispiel gespielt habe Oder Raster oder so Wir haben immer Das werde ich auch betonen Ich baue keine Base mit irgendjemand zusammen auf Ich mache hier mein eigenes Ding Weißt du Wir können gerne zusammen rumrennen und so Gar kein Thema Am Anfang jetzt vielleicht noch nicht so arg Weil ich möchte Du weißt du Stefan du weißt du Mit ausprobieren und so Da bin ich ein bisschen Will da nicht hinterher rennen Und einsammeln Ich muss da selber ein bisschen Noch rumprobieren Wenn ich so die Grundlagen drauf habe Können wir gerne Punker machen Oder was auch immer Können wir alles zusammen machen Gar kein Thema Was ich aber sagen wollte Mit Krypto folgen Haben wir es zum Beispiel Immer so gemacht Wir haben immer in der Nähe gebaut So dass wir uns sehr gegenseitig Haben sichern können Falls was war Können wir gerne Immer gerne Hier auch machen Ja klar Kann ich es ja gleich schicken Während der da zusammenhackt Moment Sekunde in die Runde Schöne Grüße in den Hintergrund Ich habe deine WhatsApp Ich habe gerade immer erst gesehen Und einen guten Appetit Was gibt es leckeres Kann es nicht erkennen Fleischkäs weg Könnte sein Fleischkäs weg Mit Ketchup Grüß dich Ja heute habe ich Heute habe ich mir ausnahmsweise Keinen Lust gehabt Tik Tok anzumachen So Stefan ist geschickt Dann haben wir das Achso das sind die scheiß lange Stecken im Moment Dann müssen wir zerteilen Kanal 3 Vielen Dank für dein Rate mit vier Personen Ich grüße dich Kanal 3 Michael das bist doch du oder? Jetzt bin ich doppelt hier Ich habe den gerade ausgemacht Was hast du da laufen gehabt? Ich habe gedacht Das ist so dein Fun Kanal Was alles mal so hin und wieder läuft Kanal 3 Ah ja Ich folge Passt ja Passt ja Ah Jetzt habe ich es kapiert Mit Entchen Was der Volk sagt Das Jetzt hat Musik gelaufen So Wir bauen noch ein Handwerk Ach so Oh improvisierte Angeschnur Nee das ist nicht Stacheldraht auch nicht Baumrinde sein Weil wir machen jetzt da noch Deckel auf die Burg Deckel auf die Burg Tag Tag Noob Grüß dich Vielen vielen Dank Für deinen siebten Monat Na wie geht's dir? Schön dass du da bist So was ist denn mit dem Schubkornpain Da mussten wir nur sagen Da mussten wir nur sagen wo ich hinrennen muss Einem Jahr Ein Monat 29 Tage Wie die Zeit vergeht Gellste Wahnsinn Zeit vergeht Man dran denkt hier eben Muss Bei mir alles prima Ich kann mich nicht Upsa ich kann mich nicht beklagen Man dran denken wie die Zeit vergeht Diesen Monat habe ich Zwei Jahre Twitch schon Zwei Jahre Michael wie lange hast denn du? Schon vier Jahre oder so Nein weiß ich Weiß ich gerade ehrlich gesagt Nicht Moment Warte mal ganz kurz So sehr schön Das passt Weiß ich gerade in der Tat nicht Aber Krieg mal hin So das siehst ja hier Meine Map Oh was sehr kleines Aber du hast ja selber gerade auf Ich hab gesagt Wie lange streamst du schon? Michael ja auch schon Vier Jahre Oder so Oder vier oder fünf Jahre Ah ok Hier runter quasi Also Richtung Süden Von Kind auf Der Willi Ok wir schlappen mal da runter Ich schlappen mal da runter Und schau mal ob man vielleicht noch Eine 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 Köstliche Hage Butter Nehmen Können Spreng Zombies Ach so halt Was falsch niedergemäht Weiß jetzt nicht Ob ich das hören wollte Aber ok Danke Für die Warnung Für die Warnung Wir sind ja schon direkt im nächsten Ort Ich hab die Tage vier Jahre voll Ah mit zu Wo auch schon so lang Zeit vergeht Verrückt Schau mal Karte Und Ja Jetzt habe ich ja hier Ein Weg Der ist die Aufgabe Einmal links Und einmal rechts Die Stadt im Süden Ach Gott Der ist da unten Seit Anfang 18 C3 Das Ding da unten Ziegenstadt Ne Da lade ich das hin Da laufe ich das hin Also falls du irgendwo ein Auto hast Genug Sprit Darfst du mich gerne abholen Dann können wir zusammen Die Schubkarra holen Weil du zur Zeit lust hast Aber weißt du was Für ein Akt das war Bis ich da hochgelatscht bin Nö Ich trage meine Stämme Jeden her Und Juni 18 Affi Momentan wird mein Partner freigeschaltet Echt jetzt? Wie geil ist das dann? Nehm Polo Haha genau Und kein Wasser Du warum nicht? Warum nicht? Du hast ja Du hast ja immer Einen Haufen Zuschauer Das ist der Wege Würdest du mich nicht wundern Wenn ich ehrlich bin Nur Sprit ist das Problem Haha Warum nicht? Also Ich gönne es dir Aber zumindest bist du bestimmt knapp dran Aber zumindest bist du bestimmt knapp dran Oh guck ich brauche gar keine Stämme Egal Spaß mal hin Zack So Nächste Ähm Ähm In der Tat Am Mittwoch bin ich wieder auf den Spätschicht Wheelie Am Mittwoch Mittwochabend gibt es Resident Evil Wenn ich mich nicht total ärgern muss Ich muss dem Geschäft einen stressigen Tag Habt auch so ein Mittwoch könnte Aber glaube ich schon Wir müssen auch mal was zusammen machen Wie gesagt Wenn du morgen Bock hast Also ne halt geht ja Entschuldigung Ja Lieben gern Lieben gern Oh jetzt aber Lieben gern Michel Der hat schon wieder Hunger Was ist denn mit ihm eigentlich los In der Tat haben wir Noch nie was zusammengezockt So hab ich noch irgendwo was zu essen Ich glaub ja oder Hab ich noch was Hab ich noch was Hab ich noch was Ja genau Schon wieder abgeschmiert Was ist denn hier Also ich brauch's net Mit so ich brauch's net Wie geil sehe ich denn eigentlich aus Hier mit Sonnenbrille Und grüner Jogginghose Und so nem Rambo Fetzenmantel Bin ich schon abgelaufen Fortsetzen ETS ist nicht so meins Ich glaub du musst Erstmal probieren ETS Titler schieben Hatte dir bestimmt Eine schöne Lackierung Für den LKW Kannst du auf den Server kommen? Bei dir auf dem LS-Server? Oh Michel Ich glaub Im LS willst du mich nicht haben ETS Ach du hast deinen eigenen ETS-Server Ach was geil Was hab ich gerade gemacht? Ich weiß es nicht mehr Ähm Was liegt da auf dem Boot rum? Warum hab ich das auf dem Boot gespüssen? Keine Ahnung Hammer, Hammer, Hammer Ich brauch Stecke, Stecke, Stecke Stecke Stecke, Stecke Gut Dann gehen wir mal Stecke holen Oh Ne gute Schilaschi Schöne Grüße Ah Mir fällt's wieder ein Was ich machen wollte Was zu essen Schöne Grüße Ha 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 Ah Keine Ah Ja da Alles Gutes Lieber αι Dem geht's halt gut habe ich eigentlich noch gurke oder das ist schon vergammelt ich habe doch gestern gurke holt oder habe ich die schon gegessen ich weiß keine meine bankkarte ich habe hier noch bargeld weit zu wählen ok natürlich doof ich glaube man eigentlich auch halbe stunde ist sie sind eigentlich schon alle weg mal gucken vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein maiskolbe wenn da mal dahinter gehen da gibt es da gibt es brokkoli und karotten kartoffeln was kartoffeln gucke vielleicht findet man was nix nix so hier war nämlich brokkoli ok ok hier hinter vielleicht ich bräuchte eine olle dose damit ich ja mal ein fisch angeln kann das war echt mal episch wir ernten brokkoli nix war drin nix war drin aber wie lieber brokkoli wie blumenkohl oder so guck mal ich glaube dahinter gibt es birner oder irgendwas irgendwann brauche ich immer richtig daftiges fleisch ich erinnere mich hier nur mit so ekelhaften grün zeug ganze zeit gesund sein nix 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 oh wildkirsche dankeschön druck ein bommister dann haben wir hier hageputte nix drin ja ein guter angesetzte das problem ist wenn ich jetzt ich habe gedacht da brauche ich schnur dazu sehr geil passt da rein läuft machen wir den auch noch klein was 18 regeln muss ich sag mal brot wird kalt handwerk wo was ich glaube da immer einzeln hin und her jeder da habe ich auch volle denkfehler gehabt da hatte ich auch einen denkfehler geht ja viel schneller handwerk nur einen kann man da noch reinschmeißen hier glaube ich oder was da rein braucht er denn so ist ein schöner warm er hat nichts geschafft so lange holz scheidenstöcke zu teilen ich muss meine handschuhe reparieren und meine gummi stiefel hier glaube ich noch da oder pain bis 20 prozent kriege ich sie noch an verloren gell das ist immer blutige finger holen so inventar sehr schön ja hallo dass ich mich hier an der hagebutte steche ich bin da sehr empfindlich mit meinen spülfingerchen oh gut hallo danke butter essen wir gleich direkt auch alle miteinander danke schön alles gut alles gut alles gut alles gut oh die gute wittkirche oh die gute wittkirche oh die gute wittkirche oh die gute wittkirche ich glaube ich habe gedacht da rennt was so baumrindenseil so so wirst du was jetzt noch mach 12 wir machen noch schwind bei holzpfeiler sind nämlich auch voll ein köcher wann kann ich eigentlich ein köcher machen improvisierter köcher achtung jedes auch lumpen 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 mit lumpen kann ich ein improvisierte köcher mal versparen fuzzi tierhaut köcher es mit tierhaut schuhe blablabla gibt man es nämlich mal endlich ein köcher machen so gibt's nix oh guck mal eine birne ja so eine spaß auch wenn man natürlich lieber kack genug das ist so alle drängliche birne essen einfach mal dahinter weil ich weiß da hinten gibt es kartoffeln und eier mache eier ich weiß nicht wo die ganzen zombies sind aber ich heule ihnen auch nicht nach wenn um ehrlich zu sein vielleicht habe ich so angst wenn hier john rambo der hut betritt dass sie hier mit einem feind ins gesicht kriege zitronen sammeln mit haben wir hier metallschrott ich glaube metallschrott kann man gar nicht genug haben so dann guck mal vielleicht gibt es noch ein pommes oh guck mal eine kartoffel eine kartoffel eine kartoffel ich muss pinkeln alles klar vielen dank ich wünsche euch eine gute nacht schlaf gut und macht nur das was sie auch machen wird macht's gut wir sehen uns ich habe vorhin heute morgen geschmack prüfen leicht verdorben kann ich leicht verdorbene eier noch essen oder lieber wegschmeißen wenn die nur leicht verdorben sind weiß nicht bis zu einem gewissen grad ja also meinst und über die finger weglassen ich lege das alte oben drauf macht nur was soll man abgas werden dass ich mir ja die diarröe des todes einfange was haben wir hier feigensamen vino figus iamor liebe sonst nicht scheitern jetzt gucken wir mal nach da hoch ich glaube nämlich der ober war doch auch irgendwie so ein garten oder sowas oder war doch nicht auch ein garten was mache ich das da für dinger auch geil federn so ein taubeschlag oder sowas oder keine ahnung hier gibt es schrott 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 metall schrott noch mal mit dann schrott nehmen auch mit so da oben gibt es oh da gibt es auch einige sache aber mit latsch jetzt mal da hoch genau da steht nämlich auch was in dem garten ob ich doch richtig in erinnerung gehabt so was gibt es hier leckeres Gurken oder das sind doch Gurken jawohl es gibt ja hier ein fest mal nachher und noch eine Gurke sehr geil und noch eine Gurke oh was her kann ich hier mal rein machen dann essen wir sie gleich Gurke, Gurke, Gurke so was haben wir in 74, 74% sehr nice jetzt gehen wir mal ganz kurz in dieses Feld da oben rein bin ich nämlich auch mal gespannt was das da ist ganz kurz schauen oh wir müssen aufpassen 12 ist Freestart ich weiß nicht ob eine Meldung kommt um ehrlich zu sein ah das sind doch auch Kartoffeln müssten Kartoffeln sein ah hier haben wir eine natürlich sind wir jetzt auch Granate voll komm dann essen wir einfach jetzt rohe Kartoffeln da geht was da geht was so das ist nämlich das ist nämlich gleich Server Restart was so viel heißt wie es müssten ja dann theoretisch alle Spawn Points wieder neu belegt sein deswegen da fressen wir jetzt hier Kartoffeln roh wenn es sein muss hauptsache wir kriegen ja da noch ein paar Punkte ins Essen rein oh noch eine Kartoffel lecker 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 so während der Server gleich neu startet würde ich mir schnell einen Kaffee holen 84 prozent voll geile oder was was hat war ich ja schon lange gemacht und noch eine Kartoffel wer will noch mal wer hat noch nicht Kacklob danke dir fürs reinschauen und vielen 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 Dank für deinen siebten Monat dankeschön wie durch wir sehen uns wheelie bis dahin oder da und noch eine Kartoffel haha rein damit michel vielen 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 Dank machs gut schlaf gut und vielen Dank für deinen Support wheelie wie weit ist in Frankfurt von dir entfernt das war doch auch bei dir in der Nähe oder ich bin müde und ich bin satt sehr geil so wir haben gerade beschlossen dass du ein geiler Kern bist haha wheelie das weiß ich das sage ich auch ständig zu meiner Frau haha best wasch den town wheelie kennst du oder was wo acht anderer wo er fängt die oh 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 nein 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 schieß doch leck mich am Ärmel hey nur c1 gott sei dank nur c1 best wasch genau best wasch den town weiter bescheid sage die axt nehmen stimmt die hätte ich auch nehmen können na egal jetzt ist rum aber dann fällt die Spaghetti eine drüber gezogen gibt's im loop 5 an der autobahn weiter statt ich gibt's ja auch da ich muss ja meine frau aber irgendwie ködern dass sie mit geht klamotten total schnell kaputt gehen ohhhh 9% leck mich am Ärmel jetzt muss ich erstmal reparieren gehen jetzt kann ich meine Wetter mit dem Rolli ja das stimmt das stimmt das glaube ich ja da bist du wenigstens trocken haha aber weißt du für meine Frau da kann man hier keine Ahnung wir waren ja letztes Jahr in diesem Woolworth oder wie dieser Laden heißt mein Junior und ich und meine Frau wohlgemerkt das war da wo wir unser Elfenkostüm gekauft haben und wir haben uns den Arsch abgelacht da drin wirklich wenn sie reparieren würden sie sagen scheiße könnt ihr auch gleich shoppen schauen wir mal weiter statt weiter statt müssen wir gucken ähm aber ich denke es wird Zeil werden ich denke wir werden auf die Zeil gehen so Nadel wo ist denn hier ich hab da so viel Müll mittlerweile riesen Fressmeule dort so Metallschrott Metallschrott Federn kann man Federn auch stacken ja ich hab irgendwo mein Nähset gehabt wo war das ah hier improvisiertes Nähset haha Michael Gutes Nacht Gutes Nächte so nach sehr frisch schau ich mal ob ich zum Händler komm ein paar Sachen verkaufen wann ist er ich normalerweise nach einer Minute gell so wie ging das jetzt nochmal mit dem Nähset reparieren ah guck mal so das war es schon ah ja ähm reparieren ah ok ich muss es gar nicht in die Hand nehmen Gummistiefel oh nein fertig so ich hab hier Faden und ich hab sind wir der Meinung ich hab noch eins gehabt aber habe ich das wahrscheinlich auch schon verballert Gummelfaden Faden und Nadel können wir mal zusammen ein ein hier das Dings da komm mal ne das ist schon wieder wo ist das ich bin blind ah hier ist es noch pass auf jetzt bestimmt während dem herstellen macht der Server Neustart oha ok es ist nicht so prickelnd aber gut zu wissen gell so reparieren wir reparieren das mal wieder alles durch den Hammer reparieren reparieren ein gutes T-Shirt 50% reparieren wir auch die Maske ah komm mal her meine Handschuhe zeittechnisch plus minus eine Stunde ah CET was ist ein CET ich glaube G Portal hat hat gestanden CET ja 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 komisch gell warte mal ich google mal schnell gibt es eigentlich keine Meldung macht der da nicht automatisch ne 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 Meldung oder hackt der einfach den Server außen fertig oder hackt der einfach den Server außen fertig und darüber Server meine Server Game Cloud Fraggle Rock wir haben Restarts täglich 0 Uhr CET so Moment 0 Uhr CET Moment das ist die mittlereuropische Zeit auch in Deutschland normalerweise müsste normalerweise müsste es passen gell normalerweise müsste das ja nicht passen ja 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 ich verstehe dich da voll und ganz wird es massiv ärgerlich gell mich das heißt die jetzt könnte mal schauen vielleicht was hier Serverzeit. Sieht man das gerade, was Serverzeit ja nicht ist? Wir schauen noch mal ganz kurz bei G-Portal rein. So. Running. Passereinstellung. Configuration zur Teil. Logs, Auto-Update, Backup, Restarts, Restarts existiert in Deutschland täglich. Täglich 0 Uhr. 0 Uhr 5 haben wir schon. Gute Frage. Um ehrlich zu sein weiß ich es nicht. Bisschen mysteriös, gell? Ah, jetzt warten wir mal noch ein paar Minuten drüber. Ne, das ist erst ab morgen zählt. So, kleines Bündel Holz, Baumrindenseil, Feigensamen. Oh, ich brauche mal eine neue Kiste. Guck mal. Oh, hier, dann haben wir. Sledgehammer. Ah, den hast du da. Lass du mir rein, das hast du gesagt. Drohnen Samen. So. Gut. Jetzt hat's. Bau mal hier mal. Verlegen. 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 Ich lasse es einfach laufen, wenn ich mich nicht mal pinkeln kann. Wie ist denn mit ihm eigentlich immer? So, da pinkeln halt, Junge. So. Abgeschüttelt weiter geht's. Dann haben wir hier noch ein Bündel zerlegen. So, bauen, 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 bauen. Dann haben wir hier eine elf heimige Zweigtreffer. Spiralförmig. Spiral Endstreiktreffer. Schaut das aus. So, ich weiß nicht, ob das klappt, dass ich da vorhabe, aber wir versuchen es einfach mal. jetzt da. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber... Geht nur so aus. So, ich muss die da. Lass mich raten, ich muss die wahrscheinlich wieder erste aufbauen, bevor ich die dann hier oben drauf machen kann. Stimmt's? Oder? Birgo oder Payne. Die hier erst aufstellen und dann oben drauf setzen. Boah, das ist aber auch wieder gemein, weil ich weiß ja gar nicht, ob das passt. Wären sie einfach egal. So, zählen. Guck mal, wie Federn kann ich da noch einmal machen. Haben wir doch mal 12 Federn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noch nicht ganz. Nicht ganz. Ah, jetzt hat, guck mal, Verbindung verloren. Hey, ich hoffe, du warst jetzt da gerade drin. Da habe ich gerade gesagt habe, ich gehe mal schön hoch, habe mal schön einen Kaffee. Nicht abhauen. Bin gleich wieder da. So, aber wenn ich gerade da dabei bin. Kommt der rollt nicht zu weit. Oh nein. So, ich passe hier gleich schon mal meine Kaffeepause, Kaffeepausenbild an. Oh. Oh. Schöne mal. Ich hoffe, ich habe einen schönen Kaffee. Ich hoffe, ich habe einen schönen Kaffee. Ich habe nämlich etwas gefunden, was mir auch ganz gut schmeckt. Und zwar habe ich von meinem Arbeitsgelegenen so ein Meter Bier geschenkt gekriegt. Und heute trinken wir ein Spezial-Kädchen-Bier. So, fortsetzen. Ein Spezial-Kädchen-Bier. Ich bin immer gespannt, wie das schmeckt. Hier ist auch gut. Hast du gut wie Kaffee? So, chat auf euch. Helles Vollbier, ausgewogen, mild, erfrischend, gebraut nach Slow-Brewing-Kriterien. Mit Natur und Aromahopfen aus eigenem Anbau. Tradition im Hier und Heute. So einzigartig wie Heilbronn und seine Kädchen. Ach, hier kommt man jetzt von Heilbronn. Na ja, kann man schon mal trinken. Wo sind wir stehen geblieben? Stamm, 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 Stamm. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. So, zerteilen. Lange weg. So. Oh no. Meine Axt ist gerade über die Jordan gange. Ich vermute mal, nach dem Server ist drin auch alles despawned, oder was auf dem Boden gelegen ist. Kleine Steinchen. Äh, ja. Hm, 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 hm. So, dann bauen wir mal ein steilendes Messerchen. Und brauchen wir mal ein kleines Steinkopf. Axt brauchen wir mal ein langer Holzstock. Ja, der unter bin ich gerade zerlegt, oder? Ach, da ist noch einer. Ja. 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 Kleiner Steinkopf, langer Baumrücken sein. Langer Stein-Dingsbums, Baumrücken sein. Ach hier, wo ist mein Kopf? Ah! Vergessen. Hä? Wo hab ich denn jetzt hin? Hab ich das jetzt geträumt, dass ich den hergestellt hab? Bin ich ja auch maximal verwirrt. So. Ach guck mal, da liegt's doch. So, jetzt hab ich das gleiche Problem wie vorhin, dass er das einfach nicht nimmt. Wenn ich wieder nicht hergestellt hab, ist das komisch. Nehmen wir das Messer mit. Versuchen wir erst mal was anderes herzustellen, vielleicht klappt's ja dann. So, Handwerk. Zünkelholzstecker. Dünkelholzstecker. warum ist so zickig ob man das halte mal da rein dann packt man das wieder da rein die nehmen wir mal geschwind mit da ist irgendwo wieder ein pferd irgendwo springt da ein pferd rum da hat das andere seil gesehen es wurde ok kapiert wegschmeißen nehmen wir auf die hand das nehmen wir auch wieder mit und die zertrennen wir alle und dann machen wir wieder raus so dass man richtig muss man mal daraus ich mache es mir daraus kleines bündel haben wir hier was kann man eigentlich beim händler alles verkaufen nehmen die einfach alles oder so denn da rein denn da rein die zeige legt man da noch geschwind dann haben wir hier noch ein stamm weg so unterschiedlich was ist denn so zeug was man gut verkaufen kann dass ich schon mal weiß wenn ich hier irgendwo rum latscht aber das muss ich unbedingt mitnehmen zum beispiel zigaretten was soll ich weiß nicht den gleichen gruppen fertig dann können wir mal hin oh ja das wäre geil aber wenn es geht ohne zu sterben unterwegs also eisensilberschlösser verkaufen sich gut eisenschlösser ok die fertigen schlösser ja ja habe ich schon gefunden dass du dies diese abends schlösser so so die erste treppe schon fertig bauen was haben wir da kommt spiralfärmige treppe bauen so hochlatschen kann geiler oder ach man sei so mal wieder ein baumrindenseil das nehmen wir mal auf ja lexatron guten abend und schöne grüße in den löck zurück ach so okay heute bin ich von die maschine heute geht es voll ab so wie geil ist das denn mein erster stockwerk ist schon fertig irgendwo ein esel so jetzt bräuchte man eigentlich da hinten da vorne hier hier wollte ich noch was machen ähm ähm und so war es hier bauen eine olle wand so so die haben wir verballert dann verballert mal die wind zerlegen dann haben wir wieder stemme lexatron aus der gesehen 100 prozent essen krasses ding oder 98 prozent trinken 100 prozent essen seife lexatron seife brauchst du ich kenne mich aus fragt mich ich bin hier das kam überlebenskünstler habe es aber selber ausprobiert wir gut das jetzt schon glaube ich zu mir gesagt entweder wir guter oder pein so manchmal echt nieder und gilt es ist manchmal echt nieder und ach so falls irgendjemand bock hat ich gehe jetzt mal die diskurte er gäste sonst immer die diskurz reinzugehen also können dann ruhig wir sagen schmitty wie schaut es aus discord halli hallo sowie jetzt alle jahre und ich nehme ich vorhin schon lang mal machen habe aber dann nicht mehr dran gedacht so handwerke bauen bauen ein baufilm was machst du die zärtliche stimme kenne ich doch aus wachten erkennt man die stimme tatsächlich über das korte von trailer oftmals klingt man ja doch ein bisschen anders naja ich finde ich finde es gut ich hab mir gesagt entschuldige mehr von smita mirko möchtest du ja doch soll ich was guck mal im chat ach so ach hier ist ja schön komm jetzt sagst du auch mal komm wir den bandgrückenstock mal rausholen kann sie dicke keule rausholen ja ich hätte da mal komm ich geh nachkommen hau mal direkt raus wir wollen ja eigentlich server als favoriten markieren machte das habe ich auch neu raus um ehrlich zu sein weiß ich das auch nicht das campaign uns doch bestimmt sagen so dankeschön so habe ich auch kohle zum tanken ja satisfactory habe ich irgendwann mal beim bei irgendeinem mit dem wir zusammen gespielt haben immer mal wieder gesehen dann gekauft und nie gespielt und dann hatte mich jetzt mal wieder einer auf die idee gebracht und das ist ja fürchterlich das spiel das machst du ja an und dann wie geht der pc nicht aus ich weiß ich habe auch 367 stunden ich habe jetzt zwei tage spielt ich sagst du jetzt genau ja 39,6 stunden zwei tagen drei tagen also dritte ich habe irgendwie jeden tag nur zwei drei stunden geschlafen ich war gestern noch ein bisschen so am erzählen ich bin müde ich gehe jetzt ins bett ich mache noch eine runde und dann bin ich um 10 ins bett und um 12.30 Uhr der wecker also das ist schon ja geht der gag ist anders oder aber irgendwie sind wir doch sehr gleich heute morgen glaube ich keinen wecker gehört war dann kurz vor 10 wach haben mich noch einmal gedreht und dann war es halb zwölf ich bin in der tat immer anrechner bin ich der tag nur aufgestanden war meine frau heute gewollt irgendwas bleibt sicher dass sie gesagt hat sich aber er übrig das ist immer nicht von wasser und stück wir haben bisher wir haben kein gutes gefühl gehabt schon vornherein im auto anschauen weißt du und bis jetzt habe ich mich immer ganz gut auf mein bauchgefühl verlassen können ist der weg habe ich dann rückzieher gemacht haben wir auch ein bisschen hässlich vom wetter geworden oder auch herr ja wieso läuft denn der biogreifstoff hier aber inzwischen auch ein bisschen schnee aber lexatron was du machen kannst du kannst du jemanden server einloggen zuletzt eingeloggt oder irgendwas ja das ist das vielleicht schon wenn das eben auch nicht funktioniert hätte ich bin in b2 komme ich gerade runter wo das ist mir auch aufgefallen scum musst du immer neu suchen du kannst wenn du unter favoriten nach nur irgendwie ip stehen und wenn du die nicht zufällig die gemerkt hast dann bist du wirklich immer aufgeschmissen schon ein bisschen naja unschönlich das mann jetzt bin ich auf dem baum gelandet gucken ob ich das überleben werde ich wahrscheinlich aber natürlich ein wenig slightly ohne oder was leidlich ist ja das was hat ja alles immer geht ich guck lieber noch mal aber so wenn ich mal gucken habe ich von hier jetzt obwohl sie bist du wo ungefähr in c3 bist du c3 im nördlichen bereich nördlich in der mitte da wo quasi diese dieses dorf ist wo diese brücke übers wasser geht da baue ich die ob ich bis dahin schaffe da baue ich die festung freiges ich schaue mal ob ich es bis dahin schaffe nur die frage ob ich einfach renne 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 oder ob ich mir zumindest mal ein sperrbord zwischendurch ja sperr mit immer sperr und eine kleine axt ist so grundausstattung damit kannst du auf jeden fall dich schon mal erwehren eine kleine axt brauche ich gar nicht aber wer reicht mir eigentlich um mich zu wehren zumindest das spiel ist schon eine geduldsprobe ja wie gesagt die erste zeit da war ich schon spannend fand ich es ja vor allem selbst wenn du dann irgendwie schon bei irgendwelchen häusern angekommen bist und es einfach zum verrecken einen vernünftigen loot irgendwie gibt ja ich sag mal so am anfang ist ja vernünftiger loot relativ einfach zu grenzen du brauchst ein bisschen antibiotika oder eine was ich halt auch erst später gelernt habe ein knoblauch ja habe ich dir ja gesagt ich wusste mir auch nicht geholfen ja knoblauch hat nur minimalst antibiotische wirkung wenn du natürlich ich sag jetzt mal dein immunsystem sowieso schon in den knie ist ich glaube das macht nur 0,1 oder so war ich wahrscheinlich wesentlich zu spät dran wahrscheinlich schon vom vampir gebissen worden also ich hab mir nachher noch irgendwie 10 knallknoblauch eingefiffen aber ja schon zu spät ja hier ist es halt im spiel so der frühe vogel der 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 den mussten ja der kam ja ja auch aber ich muss halt wirklich so schnell als möglich gegen steuern wenn du merkst das klappt irgendwie nicht das natürlich blöd denn die ich schon nix hast weißt du zeug zu verschwenden willst ja auch nicht und dann aber das ist ja auch so wie bei mir vorhin es kann ja alles du kannst ja 100 prozent gesundheit haben ist voll bla 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 und dann triffst du ein scheiß zombie net und zack der haut ich ja gleich so was von aus dem leben raus gehen ja das stimmt da ich hatte gestern auch irgendwie so ein paar zombies die sich so halb kann man sie durch die gegend gesucht haben ja und plötzlich irgendwie ein meter weiter links standen du hast doch diese pompe gebaut gestern ja nicht die dabei haben wir haben mich natürlich nicht dabei gehabt und weiß das könnte ich sonst jeder ich habe gestern auch scheinbar eine amerikanische schule gefunden da gab es einen tisch mit 9 mm munition ich habe eine ak magazin gekackt gekackt ja damals ich weiß nicht mehr ich hatte aber auch ich glaube ich weiß es nicht mehr im magazin auch ich glaube 19 11 oder so das war kein pistolenmagazin das magazin hatte ich auch gefunden habe ich glaube das waren zwei unterschiedliche ranz und eine pistole hatte ich schon immer noch nicht gehabt ja du bekommst ja beim ersten mal beim großen geschäft ich weiß nicht ob das abhängig ist wie groß das große geschäft einmal geschenk sagte einer hat wohl eine begründung liegt wohl an diesem supporter pack aber keine ahnung ich raus bin da ja auch noch ja 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 keine ahnung anfang anfang des monats oder so glaube damit angefangen was ist das eigentlich für ein chip was ich dann bin ich habe die geschichte hast du dich nicht so auseinandergesetzt ne ich wollte spielen du bist ein gefangener quasi auf der insel das habe ich mit kriegt genau ja du bist eine gefangenen inseln hast du schippt damit man dich überwachen kann weil das hier man du dreckst zur belustigung des gemeinen volkes bei ok da habe ich da habe ich auf jeden fall gute arbeit geleistet das quasi wie da habe ich war mal komm ich komme zu euch mal gucken ob ich da denke ich bin es auch schön mit dem sperr immer zweimal stemmen einmal schlagen ja ja dann ist das muss man auch lernen also ich habe auch zu anfang immer auf die nase bekommen weil ich gedacht habe wenn ich schon im gegner drin bin dann feuer frei ne du musst da immer wieder vor zurück vor zurück das ist das muss man halt auch gewöhnt sich daran gewöhnen was sagt ihr so vollgas ich dachte warum machst du direkt hier so vollgas mit der mit der hütte also mit dem mit den außenwänden wo ich da bock drauf hab ach so ja dann wird fertig ist es fertig ne du heute kannst besorgen und so der kleine roben muss heute kann es besorgen oder so ging der spruch den klatsch erst morgen das war ein anderes thema ich glaube hier bin ich das ist der ort wo ich gestern verreckt bin oder sieht einfach nur ähnlich aus aber sieht wahrscheinlich ähnlich aus auch hier guck mal ich habe einen compound bogen am rücken also das wäre jetzt schön das könnte der freckles rock genau ja gucken wir mal also wenn ich unter freckles nix finde dann findet der fels mir nix drei leute müssen noch da lexatron pain und meine wenigkeit genau ich brauche noch zum glück hört sie das nicht ach was wenn der frau weiß wie es mein passwort falsch was die los klein geschrieben so sonst könnte jeder sonst könnte jeder erraten die olle kiste kann man reinschmeißen man muss ja kaschieren und man könnte sich ja mal treffen kaschieren musste nur bei bei tik tok tik tok ist aus mir ist kannst du dein gemächt hier rumpimmeln so viel wie du willst aber das kannst du doch nicht einstellen oder so ne entweder oder glaube ich ja ja deswegen ja in dem fall will ich ihn auf diesem server muss zeigen was hast mut zur lücke schmutzige lampen die geilsten seit jahren der dinge nicht mehr gesehen aber in dem spiel da musste ja hier keine ahnung mehr davor rollen so zwei schrott drei klappen das ist so viel schrott das ist rausgefunden mit diesem dass das der gelbe kreis immer geschlossen sein muss mit lappen ja wenn du blut ist und deine lappen andrückst dann zeigt es ja unterhalb der blutung so ein gelbes viereckern und umso mehr lampen video quasi anklick schon so geschlossener ist das ding und erster wenn das komplett geschlossen ist dann heilst du dich ja komplett ich auch schmerzhaft gelernt so jetzt brauche ich brauche auch ein lappen geht man nämlich noch genau ein lappen so wo ist jetzt eigentlich meine bankkarte hin bankkarte danke ich muss hier mal einzahlen die war noch in meinem oberteil was ich gerade zerschnitten habe aber es ist dann scheinbar nicht aus den taschen gefallen dabei sondern ist einfach weg kein bargeld hier rein so dann gehen wir mal erkundungstour halt mit dem ist paddel mit fängt man wieder bei null an wenn man draufgegangen ist ja ja wenn du wieder zu deiner leiche kommst du alles nutzen kannst dann nicht ansonsten ja du weißt du sonst wäre es ja wieder zu einfach wo ist hier mein nagel paddel ja für was ist denn der sledgehammer gedacht kannst du steine mit zerklappen da kannst du hier unter anderem diese steinspitzen bauen für deine für deine steinfeine ja sobald nicht zwölf federn habe wenn ich sowieso mal upgraden zu zu federbeilen juhu hake butel hier noch eine brokkoli oh ganz gar ein grunde dankeschön essen eine trockene brokkoli gewürgt und noch ein brokkoli jetzt läuft schon wieder und noch ein brokkoli jetzt geht's los dann stecke ich mal die hüfttasche und noch einer was sage mal extra jetzt müsste kommen da können wir ja brokkoli party machen das dorf durchsuchen mal ein bisschen was anzuziehen und zu essen dem habe ja voll eine verbratzt selber loben aber das war schon ein bisschen episch piraten augenklage augenklage kann ich eigentlich so so ein kühlschrank einfach mitnehmen so einen kleinen kühlschrank ja groß mit eigentlich runde in dem spiel also wölfe gibt es aber ich meine so domestiziert und so dörfern dass man irgendwie von unten angefangen wird also habe ich noch keine sind was auch ganz gut so ist blöd meiner brauche ich nicht auch noch ich habe nämlich hier in so einem dorf auch gestern eine hundehütte stehen sehen und dachte ich alter wenn mich jetzt hier aus irgendeiner ecke ein hund anspringen dann kacke ich den ausgehöft jawohl bargeld bargeld dass ich mir nachher mein eigenes auto kauf und ich kann doch hier so ein bündel von lapten herstellen alle schwer verbrecher hier ich hatte eben jetzt so genau aufgepasst wo bist du runter gekommen doch ich weiß wo du bist ich bin bei c3 ganz in der nähe ist ein schönes häuschen du ich weiß noch nicht gerade dieses wunderschöne gesicht mit den vielen zählen auch schön völlig bekleidet der pappel macht den tod durchsuchen nur handschuhe und das ding ist nackt ich sehe schon wo ich runter komme ich habe ein bisschen angst wo kommst du runter in b0 ganz links das ist quasi krankenhaus und schule dieses was du auf dem hügel steht da war ich gestern da gibt es auf jeden fall jede menge antibiotikum und gedöns das ist c3 c4 aber du meinst oder b0 ganz links macht er denn f ok habe ich eine ich habe mir die ganze zeit auf der um mich tolles ich habe ein bisschen schmerzen was war natürlich immer pleite auf wo es muss muss was das ist doch schon die ganze zeit es ist doch schon die ganze zeit wo wir jetzt zweimal verreckt bin jetzt soll ich jemand einsammeln erinnert nämlich schon ein auto der geht schon von ab ich bin seit gestern nicht mehr gestorben so polz klopfen was hast du gesagt wo ist oder tränen ganz links an der grenze zu b1 ach so da in dem bereich ja ich bin ganz recht ich bin namen 6 aber bei der zeit und lust das kann man mal zum händler fahren dann kann ich dann auch mal sehen die quadrate sind quasi angeordnet wie namen pad also kannst du die koordinaten quasi sagen wurde in dem quadrat bist oder ob du oben links in der ecke bei namen pad 7 bis oder links in der mitte bei 4 oder unten in der ecke bei 1 oder so pain ist bei b0 d4 ist dann die die numm taste oder wie und d3 ist das geteilt zeichen dann füllt immer noch eine reihe nein nein wenn du wünsch dir eine schöne gute nacht wenn du in dem b0 quadranten bist ja also ach so okay dann kannst du den in neun teile aufteilen und damit man so ungefähr sich verorten kann ich wünsche eine gute nacht schlaf gut und danke fürs dasein genau und ich bin jetzt bei zwischen 6 und 5 er ist bei b0 und einer mit und nach koala bär mich einen tag kein scum gespielt oder zwei oder fünf und ich weiß schon immer wieder funktioniert irgendwie geht mir soll man so jedes mal wenn ich erneut landwirtschaftssimulator unterwegs bin da weiß ich immer schon wieder nicht mal scheiße was geht das noch mal wie geht das noch mal ach das ist mein messer danke so pain hat gerade geschrieben er ist in b0 ingehm hat er geschrieben bürger ich glaube er hat ein auto das heißt er könnte ich mitnehmen ja wieso kriege ich denn hier keiner wieso bekomme ich denn hier keinen wie kein kein baum abgeschnitten und ist denn hier los ich will hier so einen ollen busch runter schneiden knapp knoblauch gefunden die gute knoppy aber noch bin ich glaube ich nicht infiziert aber hungrig wahrscheinlich bald hier kombiniert die jacke 94 prozent und alles hemmt 100 prozent nö 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 wir sind auf die 5 ich habe es eigentlich aufmachen nein 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 aber soll ich habe ich gelesen ach so als spielst du das aus schäfchen stimmt ich vergaß du bist ja einer der alles zocken oder fast alles aber schäfchen du bist nicht hier mit auf dem server oder bist du inzwischen auch hier aber gerade mal durchsuchen also beim russian fishing zockt ihr zusammen oder ist hier seid ihr geil das fenster kann man aber keine puppete schlagen ich habe whisky und grapefruit losgefunden whisky ist sehr wichtig whisky ist antibiotikum quasi kannst du deine heilappen rausholen also nicht wegschmeißen aber ich habe mal in der tat auf meinem ersten smartphone gab es auch irgend so ein angelspiel da habe ich in der tat ist auch mal gespielt das war ganz witzig eine esche mit 902 eine firefighter jacket habe ich gefunden so jetzt haben wir hier kleine schraubendreher mit und alles untersuchen irgendwo auf dem boden liegt es gibt da punkte gönne gleich geht aber hier richtig vorwärts ich habe mittlerweile schon 44 ich habe schon 0 ich habe 15 aber ich habe eine account balance von minus 1000 schwierig gestartet der weiß ja ist doch 1500 ein zweimal könnte man sagen wenn ich schon gestorben echt ist es jetzt wirklich so ab 2000 das neuen charme aus ja dann ist der tod deswegen also nicht schlimm wenn man das anders einstellt ja ja ich weiß ich weiß du spielst du einfach so gern wie möglich und aber ich nicht ich bin nur noch bei minus 346 jetzt holen wir noch ein bisschen holz für die unterhose ich werde gerne mal wieder richtig fischen gehen das wird mir mal wieder spaß machen schäfchen habe wir einen angelschein war aber schon gefühlter wahrscheinlich nicht nur gefühlt ist sondern wirklich glaube ich schon acht jahren immer fischen bestimmt schon so rum online oder richtig ich weiß nur klein zeug hier ist eine pinbox war ein rucksack richtig okay war schon ewig nimmer ich habe auch keine zeit echt ja hier da weiß ich ja wo ich hier unterkommen kann normalerweise und ohne vitamin bx da kommt es dann immer einen angelverein ich habe mich mal beworben bei mir in der nähe da habe ich ja direkt die absage bekommen so und da draußen sind ja noch ein spacko und fett die spagetti genauer was hasen das oder so immer gern mit ich so eine kaktose man ach du wirst dich so freuen wenn du einen angelhaken bauen kannst ja wirklich gut du bist dort anderen so genießen ach das so schön ja ich muss ein bisschen ironie raus und sarkasmus ich habe keine munition mehr gehabt verdammte scheiße ich habe keine munition mehr gehabt verdammte scheiße das kann ich mir auch gut vorstellen fischfiggate da würde ich mich auch sehen gar nicht meins ich angehe wirklich sehr gern aber ich esse ja ich esse schon aber so wenn ich die auswahl habe zwischen dem steg und dem fisch dann esse ich immer steg schnitzel und demnischen hunderttausend toten sterben meinst du nein aber was ich sagen muss geräucherte forelle ist ja auch sehr gern also das schmeckt mir doch der lachs ist ja auch gern hallo der montag grüß dich irgendwie das gefühl dass mir einer hochgerannt ist er ist von draußen reingeschloppt na alles fehlt aber wie gesagt wenn ich die auswahl zwischen schnitzel und fisch dann esse ich immer schnitzel alles bestens sehr schön candy pop was ist denn das kannst du essen immer zwischendurch kann so ein bisschen ein bisschen zucker deinem körper zu führen ich bin eigentlich mehr scharf auf die dose weiß ich ich habe es sogar geschafft in russian fishing zu sterben war die hineingebissen oder was aber kannst du mir hier dienen oder was mit die dose so schränke die verschlossen sind da brauchen dann dietrich für oder wie ja kann schon mit h klammern glaube ich erst stellen oder wenn du sowas findest warte mal das was ich da gerade habe das bobby pin box da kannst du h klammern rausnehmen ich mache einen schrank auf bobby pin box und einen stift haben wir auch noch schraubendreher diese ja genau sowas gedacht keine frage so meine karte karte stornieren karte verlängern return zurück zurück einfach einzahlen oder noch mal 280 wie nutze ich den den lockpick jetzt hier wenn das lockt ist wo ist eine schraube und schrauben und schraubendreher und die trich und dann verbraucht sich quasi alles um eine einheit zu anfangen und dann musst du halt es ein bisschen schwierig es gibt aber auch die möglichkeit dass du dir sowas baust wo du üben kannst einzahlungs ja das hatte ich schon mal gesehen genau einzahlungsüberweisungslimit erreicht was das für eine scheiße ja jetzt musst du zum händler jetzt kannst du nur da du magst doch schwer ich habe einen copy cup ich spiele das ganz gern mit der standard einstellungen vom server ohne mods ohne alles auch legitim wenn man das möchte das ist die richtige munition natürlich ist es nicht die richtige munition hier kleber und zehn magazin und eine step sucht west oh das gut schon mal für den anfang schon mal gut die hätte ich schon mal ein bisschen schaden ab der boden kleben habe ich jetzt hier wollte jetzt das local polizeirewir gefunden wie es scheint da gibt es nämlich eine menge lockt schränke was wahrscheinlich waffenschränke oder sowas genau da war schon jetzt was zum schlosser knacken zu grokkoli neu er will natürlich nicht die brennen herum wie ein friseur mit bogen zombie kleber genau ziemlich zerstört das polizei oder aus die den kleber brauche sind der für eine lampe unter anderem für deine base blue backpack have more space glibber blue backpack der was da drin war gott dann gehen wir da gleich nochmal rein wo haben wir denn gerade gesehen da drin oder hier drin war der der hat mehr platz so schauen wir doch gleich mal dann schauen wir doch gleich mal ob das stimmt mit genauso viel platz mit genauso viel platz jetzt haben wir hier leopardenhose yoga leggings und die stehen ja bestimmt gut ich glaube auch ich möchte nochmal sagen dass mein charakter hier weiblich ist ja das genau so klipper kurz die hosen ablegen und das mal genauer betrachten kombinierte jacke ich habe wieder eine abkriegt für 20 prozent noch und muss ich gleich wieder reparieren gehen oben ein bogen jetzt hätte ich ja fast den bogen hier gelassen so hüftasche reinschmeißen schere für was auch immer ich die brauche willst du mal dinge nehmen du arschloch entschuldigung die gute pastinake gar nicht die grille so können wir noch ein bisschen putzen hat sich ja ekelhaft aus b1 c1 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 ist es maria direkt auf die nase gekriegt wie ein großer die türen zu machen und ich gönne mir jetzt erstmal ein poko riegel oh der dürfte ja zumindest ein bisschen satt machen ne bestimmt bestimmt i don't know if you can back back den reinschmeißen kann meinst du ich meine nur der kofferraum vom auto gell no oh wohl könnte vielleicht müssen wir jetzt mal ausprobieren ich habe nicht genug platz egal so jetzt schauen wir noch mal ganz kurz ob wir irgendwo noch ein paar federchen herkriegen da hinten hat er so da war ich ja grad da runter oder nischt ob hier drin war ich schon oder ah ne dahinter da ist ein spacko ne ich gucke jetzt einfach dass man hier ähm vielleicht noch eine feder kriege und dann basteln wir noch weiter irgendwann der pain bestimmt auch da ja 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 ich habe dich eigentlich schon gefunden äh wir haben uns nicht gesucht achso ich dachte du wolltest mitfahren ne ist gut seht schon richtig gefährlich aus aber mit meinem bart und meiner brille jetzt geht's ab zack fetti spaghetti weg mit dir ja gangster genau da sind wir noch einen kleinen noch ein pfeilchen bauen ich habe gleich ein bisschen angst dass wir die pfeile ausgehen und ich habe durst was mit dem los da geht's zweimal entzündet wird schon wieder in die hose gehen leuchtfackel ledergürtel mit pistolen holster jetzt geht's aber dreckig ab der ist gut leuchtfackel hatte ich auch gerade gefunden die nacht dass man sich so ein bisschen romantisch macht ramontisch ist kann da oben ist aber groß war doch die frau schinsky oder wie diese wollen oder ja vom olmer uhr desert eagle flashlight zement sack jetzt geht's ab so einander hätte es wieder an der maus drei routen im baus und stream schon für mich hahaha jetzt geht's ab schäfchen wer kann der kann schäfchen solange wenn du die maus im wasser hast und die hand an der rute schäfchen so habe ich hier nehmen doch noch irgendwo ein schäfchen 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 ach kaum so eine olle kartoffel wäre doch jetzt noch gut gewesen so lange da war jetzt hier dabei mein stream schaust während die hand an der rute ist das fände ich jetzt mysteriös rechte maustaste drücken und dann musst du nach den spuren suchen da gibt es irgendwann blaue spuren dann musst du die erforschen und kriegst du eine richtung angezeigt wenn da ist das passende an geschicklichkeit oder mit war dann noch mal intelligenz intelligenz und dort war es glaube die aufmerksamkeit hoch hast dann bitter den ich ich sehe nämlich nichts wenn du mal der esel schreit ich habe awareness so ein viertel voll und 13 prozent uuuhuuhu schäfchen du hast mir äh oh die ist geil genial die die entzündung ist weg du hast mir gerade mein abend versaut ich habe jetzt ein bisschen angst schäfchen heute nacht wird schlafen schwer ich schlafe an der wand hier fühlt sich einer wien ritter wohl feder achtung mir schmeckt man leicht verdorben diese drecks eier sind alle leicht verdorben wenn du die hinterher brett in der pang oder so das wird das ist dankeschön das habe ich noch gar nicht gedacht dass wir die dinger ja braten könnte ich denke jetzt streichelt sich die eier nur dann lege ich sie wieder ab auch blödmann weg mit dir vielen dank vielen dank für das kopfkino alles vorstellen muss jetzt mach wieder aufs kartoffelfeld und sammeln mir ein paar pommes ein ich muss hier mit der einstellung verkaufs in einem laden hier aber nix ich habe einen erfolg kriegt ich war zwei tage lang nur am bauen in den regalen hat sie ja auch nicht stehen die kohle große werben geil und noch eine bobby pin box und cash lexer dann brauchst du eine yoga leggings ich hätte hier noch ich habe schon ich trage fans trage ich und meine fans in meiner feierfeiter jacket verstaut aber ich glaube ich werde die yoga pants ich habe schon andere unterbuchsen schicke grüne mit eingeriff jetzt habe ich hier im neuen magazin und hssf 19 magazin eine platz das nehmen sie ruhig mit aber auch nur so ein bisschen ich kann auch gebrauchen und zu einbauen da war ja was kannst du so wasche die hose jetzt gut nehmen die der abstoßen willst und ein paar baumseile und dann bin ich sogar gemacht ich habe es aber vergessen wo habe ich mir dann der kann aus kalte hier ich bin in so einem ding das ist ja das wie eine baracke einsatzrucksack hier was ist das schon mal denn den gibt es sogar noch eins größer schaden der rucksack ich glaube rucksack muss man sagen ja doch kannst du muss leer sein ich wollte eigentlich gerade gefüllt rein schmeiße euch das geht ja wer ja wäre ja zu schön gewesen looping louis ja ich grüße mich vielen vielen dank mit einem great mit 24 personen wie geil seid ihr denn und was habt ihr schönes gemacht setzt es ganz gespielt ausgaben die grüße ich grüße dich hat ich habe was überlesen die liebe bühne 81 halli hallo na was geht auch der feierabend vielen 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 dank für euren great grüß dich ja nicht wundern erwartet hier keine großen unter weiß was weil ich bin hier der absolute kack genug noch wirklich ich spring darum mit mühe und not versuche ich zu überleben was mir auch manchmal gelingt grüß dich hallo na wie weit seid ihr aber schon es kamen profis oder oder tümpel die auch noch am anfang rum so wie ich magasin gott die fach danke dir für ein follow luia komische sachen gemacht anfänger also wie man sieht engel danke dir für ein follow und grüßt kleiner augenblick sobald ich hier mal ein bisschen in sicherheit bin stelle ich mich auch immer ganz kurz vor damit ihr überhaupt auch mal sehen wie dieser alte grau mann ist oder damit ja man wisst wer dieser alte grau mann ist auf jeden fall hier merken hier gibt ich so eine baracke uli muli wie lange zählt anfänger also ich spiele jetzt den lexatron wieder ein spiel mehr dritte tage in stunden wahrscheinlich und da unter unter 10 12 ich hab jetzt ja sieben acht stunden okay ich hab's ja damals zum release gekauft habe schon eine oder andere spielchen gemacht aber die letzten drei tage ja wie gesagt also ich schaff's mittlerweile gerade so dass ich nicht verhunger und verdurst soweit bin ich schon mal und hin und wieder habe ich auch mit dem bogen den zombie abzuschießen aber sonst weiter bin ich bin ich auch nicht so warm geworden geld ist im ziel ist ein bisschen ungewohnt stelle ich mich ein bisschen glatt an du bist aber auch in der ego perspektive ist eigentlich ja da musst du mit dem mit dem eierbogen muss noch extrem drüber halten dann ist so da musst du dich dran gewöhnen das ist schwierig aber da ich jetzt auch 600 stunden da bin ich noch weit weit weiter von entfernt so aber kurz zu mir man nennt mich schmiede oder freckles nennt mich wie ihr wollt 40 jahre jung wie wie was kann ich jetzt nein so alt bin jetzt auch nicht wie gesagt 40 jahre jung bei mir seht ihr alles nur nichts professionelles na eben ich gehe grundsätzlich dem motto ich zog das auf das was ich spaß habe so wie landwirtschaft simulatoren liebe ich euro truck simulatoren liebe ich es kann seit neuestem liebe ich im real life mache ich hin und wieder irgendein blödsinn was ich mich auch mal ganz gerne bei filmen ja wie gesagt alles nur nix professionell also sind wir richtig hier aber auch schon 1400 stunde war jetzt passt mal auf ich gucke mal wie viel ich habe davon ist die hälfte wahrscheinlich noch von damals achtung wo haben wir das spielzeit über 46 stunden habe ich die letzten zwei wochen eine 20 stunde muss aber auch ehrlich gestehen ohne den virgo oder den pain wäre ich hier total schon abgekackt und hätte es vielleicht sogar schon wieder deinstalliert weil die zwei wieder schon ganz gewaltig geholfen haben hier überhaupt einen fuß voneinander zu setzen wie bei 2000 das ist denn mit euch ja gut es kam es ja auch relativ alt ja das stimmt schon das stimmt schon das stimmt das stimmt das stimmt ist schon macht schon spaß am anfang habe ich gedacht ja das stimmt ist ein sehr geiles spiel dass wir hier bestimmt das stimmt ist schon macht schon spaß am anfang habe ich gedacht da ich weiß es nicht ob das wirklich was ist oder nicht oder jetzt kommt ja was schönes und zwar wollen die jetzt dieses tutorial mit reinbringen wenn du so mal diese grundlegenden sachen ein bisschen erklärt bekommt ich glaube dann wird der anfang bei dem spieler ein bisschen einfacher werden was kann man sich langsam ist wie eine familie ok ok wer streamt von euch alles also lupi glui auf jeden fall ja ja ich habe es mal vor ok aber hier jetzt gibt es hier die fette kartoffeln leider nichts mehr tragen sonst würde ich mitnehmen essen immer rein damit ja ja ich habe jetzt hier aber jetzt hier warm doch voll mit kartoffeln und verdammt sitzt da musst du nämlich ja auch geben also ich schon aber ich glaube mein mein schar hier drin übrigens 10 0 sollte man sich nicht drin aufhalten da stirbt man relativ schnell an verstrahlung ganz ein paar potassium tabletten aus dem krankenhaus und bringen ja die bereichen aber nicht ganz so lange habt ihr ein eigenes server bestimmt oder oder zockt ihr irgendwo ich bin satt jetzt geht es aber los ja ich hoffe ich habe es richtig aus brauche danke der feldfolge ich habe einen und die flares für irgendwas ja du mein magen ist voll und sicher muss ich mir hier wieder magazin aus dem hintertörchen drücken oder auf anderen server nehmen okay so dann bin ich hier satt schön schön ein hauptserver habe ich möchte hin und her jetzt pass mal auf dann machen wir hier mal das gute ist ja dass ich mit dem dual pc setup stream jetzt kann ich nämlich quasi ich muss pinkeln moment bitte schaut mal bitte alle weg ich bin ich bin ein bisschen schüchtern ich bin hier ein bisschen schüchtern ja auf jeden fall ist gut ist ja dass die dual pc setup was so viel heißt wie zack lupi lui folgen hat sonst weggucken was ist denn hier los wir hauen doch mal lieber ein bisschen ab sag mal was habe ich das ein haufen zombie skater ja lupi lui ich habe zu danken wir haben dann beim schicke sehen und tamsche schlafgurt wählen vielen dank fürs herkommen und zwiebel vielen dank für den kollegen macht ihr da mal noch kein kopf von dazu keine handschuhe tragen das wichtig was beim pinkeln beim pinkeln keine anschaue tragen also zu anfang noch nicht jetzt weiß ich warum ja so 1000 zombies rumstehen da steht einer auf dem dach da oben ja gut wie mache ich mir aktionen achtung ist ja bestimmt rocken frankenstein ist ein frankenstein fall nehmen und dann deinen kopf reinwerfen das machen wir nicht gut er ist ja schon voll ausgerüstet er hat hier da oben der schon helme oder schon schon drei sektoren komplett leer geludelt gefällt und hat ein auto und kann vollgas geben so jetzt brauche ich wieder einen neuen traum und die kippe und die kippe im mundwinkel hier good morning vietnam frankie frankfurt sag mal kommst du aus hessen nein ich bin aus baden-württemberg alle unterschiede lade und zwar gebürt ich ja ohne wälder aus dem badischen odenwald und der renner der hatte alles der warnt lockpick habe ich gefunden du bist ausgerüstet und weglegen wenn es aber mal zum händler fahren danke dir wenn ich habe keinen platz angel rote ich habe auch kurz zugehört aber gar nicht so weit weg von dir wenn du eine rolle rolle habe ich dankeschön oder habe ich eine gefunden und erfährt darum ich glaube ich bin ich habe so ein probeserver gemacht ein bisschen zum ausprobieren weil ich meine ruhe wollte ich habe bei g portal zufällig noch ein platz übrig gehabt genau und da habe ich sagt ja komm das probieren wir mal ein bisschen also quasi nix wildes und nix groß überlegen ja macht es ein geiles game wirklich tina danke dir für dein follow wir sind zu dritt auf dem server zu dritt aber wie gesagt 4 4 zu 4 aber wir wo schön ignoriert wie gesagt aber aktuell ist aber gar nicht offen also sollten wir weiterspielen dann mache ich das server auf holz jemand drauf kommen möchte lieben gern gerade ist es noch eher so ein bisschen am rumprobieren und ja mein gekacktes magazin improvisiert das nächste ok und bitte sei 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 geil so die angel die angel die angel ich räumt auch halt ich muss hier noch ein bisschen reparieren und so in der tollen reifen reparatur seite das ist genau das was ich jetzt brauche so wir haben wir schon wieder rechts klick drauf können rucksack hier reparieren ja 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 die mütze reparieren und das da müssen wir reparieren und weil ich schon mal geil findet da die hier aus jedem fluss trinken kann das hier reparieren der ist da direkt die person cholera holz macht ihr bestimmte metallkiste falls wir sie ganz du weißt ja zum ausprobieren will ich noch gar nicht so viel hilfe haben wenn ich ehrlich bin bin ich bin da ein bisschen eigen wenn ich ehrlich bin so wir das bestimmt bestätigen können ach weißt du wenn du alles immer hingestellt kriegst ist geil natürlich wenn du irgendwo wenn ich in dem spiel ausgänzt irgendwo rein kommst und sagt naja stein kumpel dabei wo dann sagt hier pass auf da müssen sie das nimmst das hat schon eine grundausstattung hast aber so wie jetzt bei mir war ich zum spiel kennenlernen finde ich sie als immer doof wenn da schon wenn er die brathähnchen schon in der mundfliege ich habe an einem an einem server habe ich mal angefangen und da war einer drauf der war schon länger am spielen der hat mir eine metallkiste hingestellt das war die kiste nur die kiste lehrer was grüßtig das war ziemlich gut weil dann hat sie wenn ich zwar platz gehabt da kannst du nicht gluten also du bist ja sehr sehr lange noch keine metallkiste bauen können ja das ist so das ist ein bau skill da das ist ein advanced bau skill den fassthal zu stellen ich brauche unbedingt weil neue schuhe solche du kannst wie in days alles bauen also hier so lappen schuhe ich bin gleich soweit wenn sie häufig so doffeln da kann man neue pommes machen bis zum geht noch mal ob es jetzt brauchst du sieg und axt nötest das bastel ich mir selber bei den danken wir haben sich aber vielen vielen dank looping wir sehen uns auf jeden fall die durch danke dir für ein geld und vielen dank für den follow ich dann wenn ich dann fichte ob etwas der grauze anzieht genau das brauche ich jetzt hier 306 kannst du auch ein bisschen noch rumkauen wir haben eine angelrolle mit 51 prozent mal anfangen zu essen so eine rolle habe ich auch wenn die box candy bob aus handy mountain was macht er dann draußen auch so zu essen und so weiter wenn das ein bisschen schlecht ist klein dosen essen dann hast du zwar eine nahrungsmittel abstoß ganz gut gegessen als verhungert alles hier niedergesucht sind wahrscheinlich zunächst so hochfahren hast du bock was wir wieder vorstöpsel sind eher kontraproduktiv oder ja die sollte man drin haben weil hier alles standard ist wenn es richtig laut wird dann pfeifen die die ohren relativ runtergestellt deswegen nein nein die pfeifen im spiel die ohren das ist egal was du hörst du hast richtig pfeifen das heißt ich kann die ruhig equippen ohne irgendwie nachteil zu haben was die einen vorteil dadurch dann hat der sein kann das auf meinen kopf hören die ich selber auf habe dann auch wenn ich muss hier noch ein bisschen einladen so was sagst du bb vier jahren ja wo du sagen ich würde es gerne noch mal sehen und nach möglichkeit wenn mich dann auch wieder zurückfahren könnte ich habe tequila zum desinfizieren wichtig und ich habe ein motorrad gefunden da fehlt nur ein hinterrad steckt was in der wand dankeschön die sieht sogar ziemlich heiß aus die höchste muss man ja gleich mal im inventar lassen was 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 nämlich mit was kann ich mitnehmen was ich verkaufen kann was macht sinn ein flachmann zum beispiel flachmann park sensoren ja die wisst die park sensoren muss alles über 50 prozent sein und kann es 150 alles hat keine 50 prozent hat muss gern mit dem ok nix nix ja ich habe hier ich habe hier nur nur krepp auf gut deutsch nur holy krepp wird haben wir ich habe nix bin armes schwein wie mache ich dir die schacht zu geht automatisch sobald im auto bist und losgefahren ist auch ein bisschen wird aber schnäge mit push schließen einfach einsteigen muss auch das jetzt gucken du musst das bootcamp luten an doch schon im flughafen und so weiter ich bin hier noch so stumpf am base bauen dann gibt es weiter holy krepp hat magazin das magazin habe ich aber hat mir aus dem dickdarm gedrückt weiß nicht ob ich das so möchte ja nicht nur was schmerzhaft kommt immer mit so sicher ist ein schlauch muss ich mir oh gott ja auch aufhör auf leck mich am ärmel gott ist die metallkiste groß ja die ist ziemlich geil also wie gesagt hat es ich würde immer eine kiste sammeln dann zum händler mit der kiste auch jede ganze scheiße reinschmeißen die kiste in der körper raumpacken und dann hochfahren quasi ja genau im auto hast du ganz viele kisten in der regel genau irgendjemand was von einem auto ich habe hier so ein leica auto aber der motor scheint ein bisschen so halbwegs intakt zu sein ein richtiges messer so bist du schnell die kann ich einfach in die hand nehmen kann ich nicht kannst du die tragen oder also ich denke ich kann sie zumindest nicht aufnehmen wie lange ich schon einfach in diesem dorf hier bin und immer noch nicht alles geliebt die geile nader oh 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 it's up here ich habe einen tragbaren elektrischen ofen aber dann kann ich glaube ich nicht transportieren das ding sein was die an den nagel gehängt ist ja stefan so wie viel man eigentlich ein uhr 50 auch noch mal an der händlack schon fahren weil müsste man so langsam ball ins bettchen und wenn du bock hast 24 7 auch hier ist es so eine fiktive landschaft von von kroatien sound ein bisschen leiser machen ich muss mal ganz kurz schauen c2 eier da oben genau die halt wo wolltest du hinfahren wasser gesagt die 44 ist c2 näher fahr wie du willst ich kenne mich nicht aus berg auch zu schwer hier ist die tanke wenn es da kichert machen bogen drum ja da hat es wirklich gekriegt jetzt immer bei 16 100 irgendwie tricks einfach einfach mitten auf den auf den sprengsatz schießen und dann gehen oh ja hier geil das ist gut das hier vom allerfeinsten bau und werk unterboden auch sehr sauber von einem tiger leika entschuldigung hier ist der leik aber krass wie schnell du dich hier komplett equipt hast krass gras gras hier bin ich hochgelatscht an das ding kann ich mich erinnern oh guck mal da ist ein auto hier steht ein auto zwei räder und du kannst mit dem wagenheber hinten dir mit dran bauen dann hast du ja mein auto was tüffreggle sagt plakete zugestellt locker oh guck mal hier ist ein golf golf oder sehr geil und es sind zwei autos das ist halt der vorteil noch bei dir spielen halt kaum leute und die autos sind halt nur alle da oh 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 28 von 40 yeah ich habe auch ganz viele weißt du ja bestimmt bestimmt aussteigen ich steige hinaus jetzt habe ich was gesehen was ich gar nicht zu sehen wollte aber jetzt wenn wir gerade bei sind warum sind auch nicht ich habe eine peacekeeper 38 gefunden und das cool und ich habe die 38 munition gerade wegschmeißen ich habe auch noch so warte mal ganz kurz moment 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 ich sitze ja ich mache jetzt was was ich normalerweise nicht mache aber für das stream ist es einfach doof im dunklen zu spielen warum machst dann jetzt dunkel weil ich es kann moment selbst war falsch grundsätzlich habe ich nämlich nichts dagegen jetzt hat uns jetzt habe ich nichts dagegen im dunkel zu spielen sehe ich irgendwo bei der wache ob da munition drin ist steuerung er kontrollierte die werfe wenn ich sie in der hand halte richtig oder du drückst einfach er drücke dann sorgt sie nur einmal die luft ein ich habe ja meinen fixe schlaf ach du steine 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 die map sieht echt schön aus erinnert mich so gerade fast ein bisschen wieder an meine meine ersten days tage keine ahnung gemacht keine ahnung hat was sie macht im krypto folge immer schön rumgefahren sachen gedoodet geil endlich ein rucksack weg einen kleinen selbstgecrafteten ja ich habe auch so einen aber weg ich habe jetzt hier so einen normalen rucksack gefunden direkt vielleicht sollten sie sagen dass schaden alles der weg zum händler ich habe einen sch reformen das ist oha guck mal wie geil sieht das denn aus der blick zum meer runter hast du bis nach am montisch ja ja wir machen jetzt hier ein schönes plätzchen da machen wir hier der pick die kaum auf und füttern uns gegenseitig rauben und erdbeeren und brokkoli genau und gurken solange man nachher net an der kurke de brokkoli haben oder de blumenkohl ja 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 warte mal die boots fahrt ab ich verzichte dafür ist es jetzt zu spät zum verzichten große ich würde ja kotzen aber ich muss fahren mexen an ich habe die server einstellungen eigentlich alle auf original gelassen also standard ich bin da da bin ich auch wieder ein bisschen eigenen mikros rache er sieht zum beispiel ich habe auch mal der server kaputt und so aber ohne botz weil ich finde immer so klar natürlich sind was geil hat bei der sie gibt es viele geile sachen aber so dieses dieses grundspiel beim geschmack verfälscht immer zu arg und wenn du dann wenn dein neues update kommt kommt dann dann kriegst du diese diese neuigkeiten gar nicht mehr so somit weil viel zu verwöhnen von dem modz bis meinem geschmack wie gesagt unterrichten oder sonnen golf sind auch zwei spot zu geben achtung schlag der peter hängt am auto fest schlagen die auch durchs auto rein oder bist du im auto safe also bist du im auto safe kriegt das auto schaden wenn die draufhauen hinten schlagen sie rein mittlerweile okay nein 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 test nicht ich habe nur einen wunsch ich möchte gern die händler sehen und nach möglichkeit wenn du mich dann wieder an die base fährst auto bleibt heiler okay super jetzt kann ich die pistole nicht mitnehmen weil mein holster schaden hat jetzt zum reparieren zockt ja nicht alle auf dem gleichen server ja 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 warte mal das war schiff er ein weiser geht was neue zone betreten outpost deswegen kennt ihr euch alle keine eine 38er neun millimetern 45er werden jetzt so zwei sachen die ich jetzt feiern will so die 22 ist auch nicht schlimm ich habe jetzt eine große familie laderen aus wenn sie es gönnen genau man in so strohaufen und wollen eigentlich was anderes finden als federn also ich habe bis jetzt so nicht viel wird anders gefunden die federn auch hier bank bank stop 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 muss hier kurz 83 dollar einzahlen moment das ganze spiel sei ich nie alleine in seine karte hier bitteschön einzahlung hier 82 dollar 82 dollar einreichenden ja hast du gelesen was dann bitte brennenden fässer wo wer wer was wie egal was brennt und da kannst du dich wirklich verbrennen ah ok so schon bin ich nur noch bei minus 266 sehr cool so jetzt jetzt können wir mal gucken oder ah komm mal hier medic wenn ihr die preise gleich sieht haben wir haben die vor allem die kreiber eine bülle ein päckchen da auch tatsächlich im krankenhaus wo ich wo ich gestern war du findest so viel antibiotikum und zeug das ist so krass ich habe mittlerweile 48 rum geht voll ab die maschine so was bist du hier boots 340 werkzeuge angewarten ok zurück sonst ich glaube noch mal ok hatte ich in der tat wirklich eine ziemlich coole sache finde zu kaufen das sind die metallpfeile für 40 ein stück wenn du den compound bogen hast ist das eigentlich eine ziemlich geile investition ok was zwei stunden parken ok ja ist aber auch gar nicht so blöd wenn ich an mein day server denkt wenn da keine ahnung jeder dritte mit seinem karren die safe zone fährt da sind als 20 autos drin stand da ist eigentlich gar nicht gar nicht so blöd gehen genau das habe ich schon das habe ich schon zehn jahre jetzt zum beispiel 50 nahkampf waffen blablabla aber wie gesagt mir geht es eigentlich gerade hauptsächlich darum mal zu schauen wie und was was es alles gibt so bin ich aber sogar nicht gar nicht mal zu blöd mit dem mit den ruhigen punkte um ehrlich zu sein weil auch wieder beispiel dass sie epoch damals oder excel zum beispiel da hast du hier ratz patz bisschen ausgerüstet bis hin gerannt und da warst die anderen gegend 19 prozent gesunder boden schwarz wie die wand du wirst am sterben c2 verkaufen kannst du fast alles aber auch wahrscheinlich magazine beim beim wieben trader und so oder waffen beim genauso bis zum hackebeil ist für irgendwas besser als ein normales küchenmesser hackebeil habe ich in der tat zum nutze ich nur hacke weil auch für bäume fällen und sowas dann später was ich meine als unseren küchen hacke den ganzen holz ach so ravioli 613 größeres ist das irgendwie besser als normales küchenmesser das ist einfach nur sieht nur anders aus ich weiß es nicht gesichert es soll wohl mehr fleisch raus kommen damit ein tier schlacht ist nämlich primär auch erstmal größer und es braucht mehr platz in der tasche und es ist schwerer materia kriegst bei fleisch raus hat er mich in meinem land bleibt dann mal beim küchenmesser break it we fix it ich hab nochmal cash gefunden 233 cash habe ich jetzt kannst ja boot kaufen alles nur noch müll was ich hab drei achtung was kostet hier alles dirt bike so kannst du mir anschauen schlachträger moin moin da du noch wach mich fast ein bisschen wundert da alles wird fünfstelliger bereich schichtwechsel normal zum kotzt bei mir alles prima alles prima ich bin ja absoluter scum profi bei will experte genau so oder so ähnlich zumindest 9 wo habe ich jetzt mein magazin hingeschmissen und das so weil man genau man nennt mich nämlich auch den wie heißt er 7 vs wild der fritz genau der scum fritz meinicke verkaufen zack ja ich glaube niemand nennt mich so halt doch nicht so lass mich doch zumindest nicht glauben so auf jeden fall das sieht ganz gut aus sehr schön sehr schön sehr schön cool cooler händler sollte aber sagen ich glaube hier war ich schon mal in der tat als ich damals gezockt habe den händler gibt es schon eh und je kann das sein ich bin sympathischer als fritz vielen dank vielen dank das hat der unterschied ich bin ja ohne wenn dann kein ich hab ja fast was sagt nein mir lass es bleiben mir lass es mir lass es einzahlen dass ich hier gleich wieder die follows hake aber türen kennst keine also zum zumachen wieder ich vergesse es immer gell das ist glaube ich essentiell wichtig dass man türen zumacht macht und voller da ja 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 aber hier in der interseite das selbst soll ist ja scheißegal oder ob da die tür auf ist oder zu und sie mal trifft vergisst es so mein freund wenn du möchtest ich habe alles gesehen bin nur noch bei minus 189 wenn du noch so viel zeit hast lieben gern ich habe schon 17 prozent gesundheit wieder alles merkt ja und kam gerade ein dicker unten und dünner und gleichzeitig haben die mich gebatscht das ist richtig mega mies was du spars geld weil er dir eine gebühr abzieht bei bar bezahlung also das heißt wenn du also da war ich so übersehen wenn deine bank hat dann gehst du beim verkaufen auch die bank und nicht bar zahlung noch wollen aber dafür bezahlt du bezahlst aber auch gebühren wenn du einzahlst 2 prozent wenn ich das richtig gesehen habe also ich weiß es sind genau die zahlen aber also ich meine ich habe gerade 2 prozent gezahlt auch beim einzahlen dass die zone verlassen ja ja 5 prozent sind es bei artem sind und schätten ok wenn man verkauft bezahlt man keine gebühren wenn es direkt aufs konto gehen ja es geht ja nicht direkt aufs konto oder geht an dein inventar also da wo ich gespielt habe ist jeder verkauf ins inventar gegangen und dann bin ich zum zur bank gegangen und habe es dann verkauft 69 rumfunkte jetzt geht es aber ab aber nicht mit mir die beiden affen haben mich den job gekostet rechts kannst wählen ja das sind solche sachen mikros wo ich immer sagt da musst du spielen das musst du dann alleine rumfummeln kommt so mit der zeit oh achtung ich weiß jetzt ok war nur ein weg ist eigentlich irgendeine möglichkeit außer zu sterben seine bankkarte wieder zu bekommen ich glaube an der bank selber ja du kannst du eine tausende jetzt erst mal eine tipps und tricks ja ja genau ja da musste ich glaube da musste auch viele stunden reinstecken bis du hier alles weiß was schon kniffiges spiel muss man einfach sagen ja ja aber echt geil umso länger wie ich das spiel umso mehr spaß macht was ich glaube das hat richtig sucht faktor bin ja gerade am überlegen ob ich mein event morgen beim ets absagen und hier ist gab es spiel da ich mir spiele morgen ets also im stream morgen auf jeden fall falls jemand von euch euro truck simulator spielen sollte morgen ab 12 uhr mittag bin ich unterwegs auf dem auf dem sim 1 im truck smp treffen ist in frankfurt und wir fahren in richtung lissabon sucht faktor pur ja das glaube ich dir wirklich ja schiff zum beispiel einmal kurz an gedrückt und du läufst automatisch ja schiff w oder schiff w und noch was für alle am 16 12 16 12 habe ich zwölf stunden 24 stunden stream raus für meinen zweijährigen twitch geburtstag quasi und ich hau nur community games eins nach dem anderen also wer bock hat einfach mitte zuschalten und ballgeist mitspielen oder whatever also genug spiele wo bestimmt für jeden was dabei ist wer bock hat lieben gern reinschauen immer spaßig immer spaßig umso mehr leute wie es werden umso geiler ist es eigentlich das letzte mal mal wirklich drehen gedacht ich habe mich für eingepinkelt so habe ich gelacht bei gar tik von das geht so diesen typischen witz so armin fuchs male deinen namen so nach dem motto genau armin fuchs genau das findet ihr natürlich auch hier also wie gesagt wer bock hat wer net bock hat der net aber das ist auch ganz angenehm wenn ich mich hier schiffieren los da kann ich schön mit dem chat labern ich habe hier eine kleine toolbox gefunden kann man damit auch loks klicken die toolbox brauchst du später irgendwo zum bauen irgendwo habe ich die schon gebraucht irgendwas die schrumpzieher zum locken kriegt man da nicht raus dass mich irritiert das hat es nämlich um die uhrzeit schon immer angelt warum habt ihr die letzten tage komplett durch geangelt ich traue es euch zu guck mal guck mal bei steve jetzt muss ich ja schon am vorspielen die frage nehme ich die toolbox mit oder behalte ich lieber die waffe weil eins von beiden muss ich untersucht die doch mal dann kriegst du doch gesagt was du damit machen kannst was ist denn das da ein aquädukt oder einfach nur eine brücke einfach nur eine brücke die fette da hat sie mich schon wieder gehauen so eine fette ich bin wieder halbtot blöde kuh ah das eisenbahnschiene ok vielen dank die eisenbahnschienen sind sehr schöne schnellreisemöglichkeiten am auto das ist das rot gestrichelte jetzt sind wir wieder das war diese dicke die dicke die haut ja immer ganz kräftig zu das lässt sich also nur von dicken verhauen ne ja dicke frauen verhauen ne genau die wir hatten ja vorhin schon ist ja hier eine judgment-freie zone wir akzeptieren jeden fetisch ja 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 ist so drei roten am grund haben so b0 ist schon schwierig war da so in der valapuzzi und da wo ich gestern gestorben bin und da bin ich hoch gewandt glaube ich nach c3 ich krieg trotz reiz ehrlich also essenstechnisch ist das eine ganz spannende geschichte so aber er ist gut für den körperfett guck mal ich hab 20 kilo körperfett ich bin voll die fette sau guck mal hier 30 kilo ist gut guten golf oh der ist ja schon fast der ist ja fast gut ja ein reifen fehlt ja dann fährt er doch problem ist ich habe keine ahnung mehr nachher wo die ganzen autos stehen ja gut da gibt es wie für days gibt es eine karte ja bestimmt gibt es eine interactive karte oder so ja ja genau so ich habe die auch noch nicht explizit genutzt aber die ist schon mal ganz gut wenn du dich immer mal orientieren willst oh hand bleibt bestehen vielleicht taugen die schuhe da vorne was und sofort wieder da ach der hat keinen motor ja dann schiebst du ihn zum händler und kaufst du viel geld ah guck mal hier sehr geil zack wo sind meine auch den gummistiefel weg mit dem dreck dann nehmen wir die guten gummistiefel dann nehmen wir die guten gummistiefel dann nehmen wir die guten gummistiefel so und Achtung ich habe das erste mal in den motorraum gekackt ja ich musste abputzen moment ja vor allem und dann hinterher schön an der arm drehen das ist ein fähig ja ich hab's drehen ja ich hab's drehen ja ich hab's drehen ja ich hab's drehen das ist ja ein ekelpaket das ist ja ekelpaket Entschuldigung aber das muss das muss oh Gott riechst doch wahrscheinlich auch bei den papps an den socken die da rumliegen bestimmt aber das wird eine weile dauern bis ich hier so wie bei der sie damals alle straßen auswendig wusste ohne karte zu fahren weil ich mich dazu mittlerweile ein bisschen außer war war jahre gespielt damals hat wie gesagt noch einmal 2d sie weiß gar nicht wie viele tausende stunden drin verbracht oh ja nylonschnur war ich glaube das schicken komm lass mich nach näse bauen bitte 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 ist ja auch schon zu kaputt die nylonschnur können ach ärgerlich aber hier kommen da ist ein motor drin da könntest du jetzt quasi zu dem anderen auto fahren da die reifen rausholen noch eine flasche mitnehmen den sprit bei dem kaputten abzapfen und dann gold zum schrauben was natürlich auch noch ein wagen aber ich gehe davon aus dass im auto aber ich habe kein geld zum tanken das ist das nächste ist ein schlimmer wenn das auto schon mal aus kann ich sitzen bleiben muss sein wird raus da kannst du reingehen da musst du musst in einen freak da rausholen aus dem decken da und dann kannst du vielleicht an dem colaautomat findest du eine cola oder ein anderes getränk für deine route genau moment ich brauche ich brauche ich brauche eine dose von angel hake gegessen an weintrauben leider nix auch hier vielleicht hatte fettig spagetti was dabei wo haus ist eine flair oder oder dahin ist noch einer und immer die kassen untersuchen da sind nicht okay noch bogen schießen fähigkeit jetzt geht's ab und dann habe ich hier war geld holzpeil denn immer mit ich mache mir gleich erst mal ein rucksack aus menschlicher haut hast du hast du schon geglaubt oder geguckt ich bin so ein bisschen durchs fenster was einer hier drin bekommen nicht rein ja hinzu ist immer wichtig doch schade werde ich ganz cool gewesen ach geil jetzt hier noch eine dose gegeben hätte wie springt man durchs fenster so trinken ich wollte achten netter 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 trinken und zapf an trinken kannst du und ich brauche nur die woche und zu essen jungs mädels etwas größeren rucksack das schon mal wichtig ich habe mir einen improvisierten rucksack aus menschenhaut aber ich sehe gerade wenn du hast einen anderen bogen es gibt die fertigen bürgen wo ich die gestern von der zelt hatte achten sind die kompons oder es gibt holz die also es gibt kompons bürgen das aber einen holzbogen gibt es mit 40 40 60 und dann gibt es den glauben mit diesen 100 und also mit 100 glauben den netten schießen kannst ja die sind ganz cool die fitzer in der ritterburg und so strg und maustaste also du musst aber da reinziehen und dann strg maustasche drücke um 24 grüß dich bis jetzt habe ich noch genug aber genau so mache ich es auch ja genau ist wie wie das flugfeld damals in nordwest airfield oder so weil da ist wieder jemand reingekommen dass ich kennt oder den ihr kennt das sind diese mechbots der knoblauch hat mich gerettet gz schnell raus hier aus dem schacht kann man diese dinge eigentlich umschießen oder es gibt mp granaten da gibt es damit kannst du die außer gefecht setzen und da drüber läuft einer siehst du dann hoch danke raus 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 ich habe da ein bisschen schiss so recht hast du auch viel monog ja das hat habe ich vorhin auch schon gehört denn eine kleine familie witzig da steht ein lader achtung hin ich finde den lader eher am coolsten lader ist mega ja den ist auch in dem spiel fährt der ziemlich cool vor allem wenn du durch die länder am ballern bist aber kann auch ein bildung sein da der beste oder steht an köln die akku woher kommen wir da oha was ist das für höhle ich muss jetzt wirklich pinkeln jetzt war das erst mal angst von bären ja also ohne waffe und so ich habe leider gefunden zwei radlader der bärenhöhle ich steige nicht aus das ganze davon vergessen gruppenzwang halt halt das ist jetzt ich steige hinaus mit schmiede mit hier ist doch gar nichts aber eine coole höhle hat er einfach eine lampe dabei oder coole anfänger base oder so noch mehr höhen ist zumindest mal schön trocken und kommt immer rein warum habt ihr mich eigentlich abgeholt kommst du noch rein ah geil improvisierter köcher den wollte ich mir das sollte wollte ich mir noch basteln da kann ich die die pfeile reintun oder wie da packe ich den schnell zugriff der kannst du alles rein tun du kannst den einfach als lagerplatz erweiterung nutzen ach macht Sinn gönn huch was machst du denn improvisierter köcher ah geiler da wird ein bisschen mehr platz drin umschmeißen nur ich höre sie da haben pvp das kann man so und jetzt bin drin schön 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 warum punkte 50 habe ich jetzt schon mittlerweile jetzt geht's ab wenn wir wissen aber so langsam wirklich an die base hoch ich bin gerade in der ziegelei gewesen habe ich noch nie gesehen da liegen echt fünf leute in einem raum die ich natürlich alle geweckt haben auf meinem und probier server haben wir noch im server bei t portal rumfang gehabt da wurde belegt war da habe ich aber schön dass man installiert einfach mal ein bisschen gucken dass wir mal reinkommen oder mal ausprobieren wie und was weil ich finde auf einem großen server ist es glaube ich zu stressig ja ja ein eigener eigener wenn man sich so ein bisschen auskennen dann kann man immer noch entscheiden ob man irgendwo anders da drauf geht oder ob man den hier auch macht schauen wir mal vier leute vier leute mehr exakt vorerst soll es auch nicht mehr werden denn hier ich habe schon mein drittes schloss ich bin ich bin ich habe gutes zeug dabei und weiß nicht mal wie ich mal irgendwie zum essen kommen ich bin das wir waren dank der welt bittys vielen vielen dank was hier was ist das hier für ein monument tag nacht überspringen kann ich dir gar nicht sagen übrigens du kannst dich auch mit alt nach hinten das war bei der sie genauso ich glaube hier war ja hier hat er auf dem auf dem server gebaut auf dem video gebaut wo ich angeschaut habe simon hier das kann sein ja ich habe mir nämlich so ein bau tutorial video angeschaut bei youtube und ich bin mir ziemlich sicher dass er hier war wo ist mein hof und mein traktor abstecher burg heute nimmer seid mir nicht böse heute nimmer es ist 42 muss langsam echt ins bett und eigentlich habe ich mir vorhin gedacht okay heute machen wir nicht so lang ach du schön 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 hier ist das elli kreuz das was heißt oder was bedeutet nur gerade wo kann ich mich dann nachher hier einigermaßen sinnvoll ausloggen und in dem raum ich meine nein aber ich kann es nicht mit sicherheit sein ich sehe schon erzeugt schon eine ganze weile da geld zusammen wo achte ich überlegte die abgetragenen klamotten von den zombies anziehen weil seine schon so kaputt dann weißt du eigentlich schon weit geht das ist schon weit herkont 1911 und 9 patronen ist der pistolen habe ich noch gar keine kunde aber ich habe auch nicht richtig gesucht weil ich nutze da sowieso nur das dörfchen und versuche meine base ein bisschen einigermaßen zu zu machen und dann gehe ich auf große erkundung dann reite ich mal so ein mech bot 88er rucksack gefunden weiß jemand gerade zufällig für den ingame chat die die tasten combo wo welcher knopf das ist p spraht entschuldigung sprache glaube ich wie wie bertha bertha hollierlo baby sprechen also der helm hat auf jeden fall ein paar schläge abgekriegt ist nicht mehr ganz so frisch spielt ihr eigentlich pvp oder überwiegend pvp baby brechen genau überwiegend pvp muss ehrlich gestehen durch der sie damals aber wie gesagt der sie kennen wir wesentlich besser aus hier gibt es trauben für mein weingut hier war ich schon hier war ich schon weil hier habe ich nämlich trauben gelutscht und rp sogar krass er hat genau durch dass sie damals eigentlich fast nur pvp gespielt hat sich war nicht nur pvp server unterwegs damals auch noch ein bisschen besser in haben mittlerweile treffe ich gar nichts mehr ich fand diesen nervenkitzel pvp selber immer ganz geil und zudem dieses farben den farmer ganz witzig wo habe ich jetzt vorhin die magazine gedroppt was wir damals noch gemacht haben deshalb mega also die leute haben sonst teilweise auch gehasst sowie die mein kumpel der gründer folgt zum beispiel das lichtmaschine wir haben als immer irgendwelche leute abgeknipst haben die leer geräumt und haben ganze zeug newbies vom server einfach verschenkt einfach leute die die frisch auf den server kommen sind einfach das zeug von den anderen verschenkt wir waren nämlich die die samariter des servers robin hood des servers rp ist ganz witzig gebetsbrüder ja genau gebetsbrücher der arche haben uns genannt den kannst du mit drei radon fahren aber muss er fairerweise aussagen ich glaube es ist das erste jahr bei dc war ich glaube ja nur opfer die ganze zeit in der wasserflasche 555 schmeißen weg aber überlebt ja ein bisschen amüsant hier meine kleine bude meine kleine aber bescheidene bude klein aber bezahlt warum meine gesundheit am klinken ist obwohl die ganze zeit hoch geht abnichts keine infektion sehr geil hier ich bedanke mich bei dir für deine exkursion hier moment aktion beziehungsweise irgendwas wie bedanken oder in das jetzt pinkel der mir für die haustür tänzer hier in der frankenstein wo warst hensen hier kann ich nicht geist heuer anbeten beziehungsweise wie danke sagen oder sowas sagen kann ich nicht aktionen hier gut so stefan bist du gerade sie durch vielen vielen dank vielen dank fürs da sein vielen dank für dein follow und ich hoffe wir sehen uns wieder der war bist du gerade da erst mal bitte für einen guten pain eine runde liebe da jetzt noch und da aufstehen wie war das jetzt gerade was habe ich hier gemacht instrument spielen als supporter pack hinsetzen verspotten hier war es kommen stinke finger leckt mich auch nicht herz oh mann hängen auslachen geruchsfälle dort winken winken hier da haben wir es doch ja komm komm hoch hier kämpfe hier auf dem rohr erste für mich auch vielen vielen dank ich mache hier mal das schacht zu und lege ich mich mal hin genau für mich muss ich sagen was ist heute bei den 12 uhr geht mein extrem eine schon wieder los vom euro truck simulator jetzt kennt von euch noch irgendjemand irgend nicht wundern mein bild ist noch nicht angepasst habe heute nämlich erster oder so klar abgeschmiert ich habe nämlich heute meine auflösung angepasst kennt von euch irgendjemand noch jemand der grad scum zockt hat jemand zufällig gerade ein name für mich wo wir hingehen könnten hallo danke dir für den follow vielen vielen dank jetzt habe ich eine m1911 mit dem magazin aber ohne munition ja aber mitnehmen ja so wir hätten im angebot einmal den alpi ak 87 alle aufländisch können oder den alpha daddy grüßchen ganz kurz mal ganz kurz rein zumindest deutscher streamer komm da geh mal hin alpi ak 87 ok sonst 2 zum onkel george player grüß dich onkel 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 welche onkel ich wünsche euch und ich wünsche eine gute nacht darf gut vielen 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 dank fürs da sein vielen dank dass da geblieben seid oder dass so viele tage blieben sind vor nach dem raid vielen dank für eure follows heute ich hoffe wir sehen uns wieder bleibt noch kurz mit dran wir gehen zum alp ak 87 jeden das interessiert heute mittag zwölf uhr euro truck simulator sim 1 im truck as mp und dort geht es von frankfurt nach lissabon official der onkel ok jetzt habe ich schon eingetippt nächste mal vielleicht ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020